tech talk folge 40 heute erfahrt ihr warum ich mich von einem portal distanzieren soll und warum eure zahlungsdaten vielleicht bei dem darknet zu finden sind das alles gibt es jetzt nach dem intro viel spaß ja herzlich willkommen folge 40 heute nur wir beide deswegen gibt es heute einen splitscreen zwar wie sagt man vertikal aber nicht horizontal also ihr wisst was ich meine ihr seht es ja gerade aber wenn ihr auf youtube oder auf einer video plattform zuschaut david ist heute mit dem smartphone drin ich habe heute hier auch nur meine webcam weil ich habe das stromproblem mit meiner a7 mark 3 noch nicht so ganz gelöst deswegen habe ich gedacht kommen jetzt hier webcam und nachdem wir heute alles ein bisschen improvisiert haben ist es denke ich ganz okay wir hatten ja eine umfrage der woche wie immer heute die ergebnisse wir hatten ja gefragt ob ihr noch bei gamestop einkaufen geht oder eben allgemein spiele noch in lokalen läden sag mal gibt ja so läden wie was weiß ich schweinemarkt oder der satellit dass man da halt sich noch was kauft und da ist das ergebnis relativ eindeutig also 90 prozent der leute haben gesagt nein sie kaufen nicht mehr lokal aber immerhin gibt es doch noch leute und wie ich gerade erfahren habe david kauft auch noch in läden ja definitiv also also spiele jetzt ne für ja genau und dann gab es ein paar zuschauer fragen beziehungsweise anmerkungen und die erste die hat es in sich für alle die sagen interessiert mich nicht die bohne ihr könnt in die time codes schauen ihr könnt dann überspringen weil bei der ersten geschichte kann es sein dass ich da ein bisschen ausführlicher dazu stellung nehmen muss weil das hat ein bisschen zunder die geschichte ansonsten wie gesagt time codes könnt ihr gerne das ganze dann überspringen so david dann verlese ich mal das wort durchlaucht ja die erste zuschauer frage oder was frage nennen kann lese ich es mal vor möchte steffen einmal stellung zur zusammenarbeit mit dem portal massengeschmack tv nehmen soweit mir bekannt pflegt er regen kontakt mit holger k der einem schwurbler wie ken jebsen eine bühne bietet ehemalige mitarbeiter hoaxilla podcast dieser firma alsterfilm haben sich bereits öffentlich ausführlich dazu distanziert eigentlich habe ich das von so einem liberalen freigäst wie steffen auch nicht auch erwartet aber vielleicht ist es gar ist er gar nicht so liberal wie er immer in seinen videos angibt zu sein sollte hierzu keine distanzierung kommen würde das mein bild von diesem portal ebenfalls sehr ins wanken bringen ich bin ehrlich gesagt auch damals du das format zu euch gekommen wahrscheinlich durch das format jedoch kann ich diese plattform nicht mehr öffentlich im netz unterstützen sollte sich wieder erwarten steffen nicht öffentlich von den geschehnissen dieser besagten plattform dessen name ich nicht nennen werde distanzieren werdet ihr mich als abonnement als abonnent entschuldigung wohl verlieren und ich kann das jedem nur raten auch zu tun ja ja zu den sachen ist folgendes zu sagen also erstmal für die leute die sagen what the fuck was ist da eigentlich abgelaufen also erstmal massengeschmack tv ja ist eine plattform also ich fange am besten mal von vorne an die im internet also eine video plattform wo eben journalistische content erstellt wird aber eben auch unterhaltungsbeiträge das ganze wird in hamburg produziert von der alsterfilm gmbh und der holger k punkt der holger kreimeyer das kann man ruhig sagen das ist der geschäftsführer und der das ganze leitet und ich war damals also jetzt weil hier steht rege zusammenarbeit oder portal massengeschmack ich war zweimal zu gast ich war einmal bei netzprediger das hat ja damals adam wolke moderiert den kennt man von skyline tv da ist glaube ich es ist public knowledge dass wir da immer noch irgendwie bekannt miteinander in kontakt sind und dass wir da auch ein ja wie soll ich sagen dass wir eine kooperation haben auf mehreren ebenen so und wie gesagt ich bin jetzt kein mitarbeiter von alsterfilm oder von massengeschmack tv es gab zwei auftritte es gab einmal wie gesagt das thema wo ich einmal als repräsentant auch von kurs of you dort war und einmal also repräsentant und ich habe ein bisschen was zu malware erzählt und damals zu der grassierenden ransomware welle und habe dann eine live demo gemacht von petia das ist alles auch noch zu finden im netz also da kann man sich umgucken ich war dann auch mal im massengeschmack teaser mit drin das ist aber auch schon mittlerweile zwei jahre her da war dieser ausschnitt von massengeschmack von von netzprediger zu sehen und mit diesem teaser wurde halt das portal beworben und dann war ich noch ein zweites mal bei netzprediger das war aber eher eine ich nenne es jetzt mal bisschen business mäßig war eine auftragsarbeit ich habe zu windows 10 damals das damals rauskam habe ich eben so meine ich glaube ich habe es 10 10 positive dinge über windows 10 oder irgendwie sowas und das war ein einspieler den ich für massengeschmack tv produziert habe hier über kurs of you services aber das waren die geschichten die öffentlich sie sichtbar waren so und dann die geschichte zusammenarbeit leute erstmal grundsätzlich wenn kunden von uns das nicht wollen dann nenne ich das auch nicht öffentlich in welcher art wir zusammenarbeiten also sollten wir zusammenarbeiten würde ich das hier auch jetzt nicht öffentlich nennen weil die kunden müssen es auch wirklich wollen dass man das auch öffentlich nennt und ich finde es halt das ist gerade in der it sicherheitsbranche ist ist es halt ist das thema ja privacy ist da halt schon wichtig und deswegen werde ich da jetzt auch nicht öffentlich sagen ob wir weiterhin zusammenarbeiten und sobald es geht halt eigentlich niemandem was an außer man kann das halt öffentlich sehen wenn wir natürlich jetzt irgendwie einen beitrag produzieren für massengeschmack tv dann sieht man den natürlich öffentlich dann kann man das natürlich nachvollziehen aber dass wir jetzt irgendwie noch eine großartige geschäftsbeziehung pflegen das geht niemandem was an oder wenn es so wäre sag ich mal genau grundsätzlich kann man dazu sagen das ist jetzt der stand wie wie wir oder wie ich jetzt als meine person auch als repräsentant von kurs of you und von kurs of you services wie ich zu dem portal stehe und ich kann natürlich noch sagen okay dass ich schon mit dem portal sympathisiere ich habe auch privat von meinem privaten geld auch noch ein abo bei denen weil ich das unterstützenswert finde dieses portal so das sind jetzt die punkte dann da bin ich jetzt schon sag ich mal habe ich schon sehr die großen runter gelassen ohne jetzt irgendwie kunden oder irgendwas zu diffamieren so und das andere thema ist halt es wurde ken jebsen interviewt ken jebsen oder ken fm ist ja seine plattform kommen später auch noch mal dazu da gab es einen kleinen sicherheitsvorfall auf seiner seite und er hat ken fm oder ken jebsen interviewt ken jebsen ist so ein ja sehr spezieller mensch der öfters mal also ist bekannt dafür dass er halt sehr mit verschwörungstheorien unterwegs ist und dass er da halt gerne mal so ein bisschen was deswegen also dieses diese kritik an ken jebsen die da geäußert wurde ist durchaus berechtigt klar aber ich finde es völligen quatsch sich von diesem portal zu distanzieren nur weil sie jemanden interviewt haben kritisch interviewt haben also holger ich habe das interview noch nicht ganz gesehen aber holger hat ihn schon ziemlich kritisch angepackt und was ich bei dem format veto da werden ja öfters also dieses format lebt von dieser kontroverse dass man eben auch leute einlädt die jetzt nicht gerade überall also die mainstream meinung vertreten also auch so leute zum beispiel wie flat earther oder so ähm sind eingeladen worden oder eben impfgegner und ähm da geht es darum dass man sich mal kritisch mit der meinung von solchen leuten auseinandersetzt und das finde ich grundsätzlich schon mal ganz gut weil ich muss sagen in welcher welt leben wir denn wenn wir sagen hey der ist nicht meiner meinung also höre ich mir den gar nicht an und das führt ja auch dazu dass diese leute in ihrer bubble einfach so vor sich hin ähm vegetieren sag ich mal und die kriegen von allen leuten auf die schulter geklopft aber niemand kritisiert die mal das ist natürlich für so ein ego von ken jebsen ich meine der ist ähm ehemaliger journalist der ist hochprofessionell der weiß wie er seine sachen verpackt dass die leute sag ich mal ihn ja oder dranbleiben oder dass er weiß halt wie er mit leuten umgehen muss und wir ich will jetzt nicht sagen manipulieren aber es geht in die richtung so geschickte gesprächsführung genau er weiß genau wie er mit den leuten umzugehen hat und und das ist halt eben das problem und deswegen ist es auch gut wenn so jemand wie holger kreimeyer der schon einige jahre in dem medienbusiness ist ich meine man darf nicht vergessen der hat auch mal den grimme online award gewonnen für sein format fernsehkritik tv wenn man sich allein also für die leute die es nicht kennen wenn er mal bei youtube eingebt was der da alles aufgedeckt hat ähm da da ist journalismus schon vorhanden sagen wir es mal so und jetzt so jemanden vorzuwerfen er würde dem eine bühne geben indem er ihn kritisch interviewt und auch die sachen noch mal mit fakten hinterlegt was ich ja auch ein alleinstellungsmerkmal ähm von seinem format finde dass er zum beispiel auch die ganzen sachen noch mal mit fakten unterlegt bedeutet konkret ken jebsen behauptet irgendwas holger weiß jetzt in dem moment nicht genau die zahlen oder so statistiken im kopf wie auch immer dann wird das beim schnitt noch im nachhinein unten eingeblendet und dann heißt es halt anstatt zehn wie er behauptet waren es dann halt doch tausend oder zehntausend mit der quelle natürlich so und das finde ich ist ja eine ganz andere form das ist journalismus aber das was der zuschauer da oder die zuschauerin das ist ja anonym was der oder die da konkret meint ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar so und was ist jetzt passiert es wurde ja auch der hoaxilla podcast angesprochen das war ein ehemaliges format auf dem portal da ging es auch um also es sind angeblich beleuchtend die so verschwörungstheorien kritisch und so weiter und sind ein ein ich weiß jetzt nicht wie deren claim war die deren slogan aber ich glaube wissenschaftlich kritisches format oder irgendwie sowas und die waren mal eine zeitlang auf dem portal und mittlerweile nicht mehr und die haben ihn wohl auf twitter irgendwie verleugnet und dann hat holger dann mal nachgefragt was ist denn da der grund und dann kam mal raus ja das interview mit ken jebsen und so und das war dann so vorgeschobenes argument sag ich mal keine ahnung wenn die das wirklich so sehen also weiß ich nicht dann haben die aus meiner sicht einen sehr schwierigen hang zum journalismus wenn man wenn man das so sieht okay habe ich noch irgendwas vergessen naja liberal damit hat damit hat es überhaupt nichts zu tun also das ist da vermischt der schreiber des kommentars vermischt da irgendwelche sachen miteinander natürlich kann ich liberal sein kann aber auch sagen ich akzeptiere die meinung also oder ich respektiere meinungen die meinungsvielfalt ich muss ja nicht immer der deren meinung sein ich kann auch was völlig bekloppt finden oder quatsch finden aber ich höre mir das zumindest erst mal an so und dann überlege ich mir was spricht denn da dagegen und wenn jemand sich wirklich damit intensiv auseinandersetzt und die thesen widerlegt also ganz ehrlich das ist journalismus in meinen augen und ich meine ich würde ja auch nicht sagen ich gucke irgendwelche fernsehsender mehr nicht mehr die mal einen afd politiker interviewt haben oder so das ist ja auch völlig absurd also würde ja auch niemand sagen oder irgendwie ich lese die zeitung nicht mehr die mal einen afd wenn natürlich klar also wenn natürlich ständig dann von denen nur content da drin zu finden ist und von den anderen wiederum nicht dann sollte man sich schon gedanken machen aber wenn wie es halt auf dem portal ist wo halt sage ich mal teilweise sehr konservative meinungen aber auch sehr liberale linke meinungen vertreten die haben ja auch moderatoren die ganz offen sagen dass sie eher links stehen und dann finde ich das okay also ich würde mal sogar so weit gehen dass bei holger die die politische ausrichtung diverser ist als bei so manchen ard sendung sendern oder bei den öffentlich rechtlichen und ja und deswegen gibt es auch regelmäßig so sage ich mal innerhalb des teams auch schon unterschiedliche ansichten ansätze was ich ja auch gut finde und das denkt das regt halt auch zum denken an und dieses interview ich habe mal reingeguckt also das ist alles andere als ja kuscheltalk mit ken jebsen also ich glaube da hat er wenn man sich mal auf youtube umguckt und so weiter der hat viel viel bequemere interviews schon gegeben weil der wird halt von vielen medien gemieden weil der eben rhetorisch so gut drauf ist und ja und dann wird er halt gerne mal von leuten eingeladen die halt seine meinung sind einfach und das merkst du dann einfach und dann ist es halt einfach nur ein schulterklopfen gegenseitig und ich weiß nicht also oder wie siehst du das david sollte ich mich distanzieren wir haben ja vorhin der preacher so ein bisschen drüber gesprochen ich bin da voll bei dir also ich weiß nicht ich irgendwie ist das so eine sache geworden seit 2020 oder 21 dass man sich irgendwie von allem distanzieren muss was irgendwo passiert sei es dass man irgendwie in direkten kontakt oder auch nur indirekt oder gar nicht damit irgendwas zu tun hat das finde ich sowieso schon mal irgendwie total komisch und schwierig und zum anderen das ist ja genau also ich finde das passt ja gar nicht zusammen hier wird geschrieben soll sich distanzieren dafür dass holger ein kritisches interview mit einem sagen wir mal speziell in den medien stehenden menschen gemacht hat aber genau das ist ja auch meine auffassung von eben liberalität von ich höre mir andere meinungen an weil wie du schon gesagt hast ich kann ja nicht einfach sagen ja die leben alle in ihrer bubble das lassen wir jetzt mal so und ich meine du musst dir ja die anderen meinungen mal anhören das gehört ja für mich genau dazu und deswegen ist das totaler blödsinn für mich da zu sagen ja ihr müsst euch jetzt von irgendwas distanzieren sehe ich ehrlicherweise nicht also ich habe mich da ja auch intern noch mal mit anderen leuten ausgetauscht und irgendwie konnte das argument irgendwie keiner so wirklich nachvollziehen klar hier sind wir auch wieder in einer filter bubble ganz klare sache aber ich 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 finde es halt quatsch weil ich sehe halt da keine keine richtung bei massengeschmack oder auch bei uns nicht dass wir uns in irgendeine radikale verschwörungstheoretiker richtung bewegen also das sehe ich einfach nicht und ich kenne halt die also noch mal ich ich kann ich möchte da jetzt auch keine ausführliche stellungnahme geben inwiefern ich mit dem portal zusammenarbeite geschäftlich privat wie auch immer aber der holger ist jetzt nicht irgendwie mein mein bester freund mit dem ich jetzt einmal die woche irgendwo unterwegs bin also da muss man auch mal die kirche im dorf lassen also wie gesagt wir wir kennen uns wir schätzen uns wir treffen uns hin und wieder mal das ist aber ganz normal auch in dem bereich youtube und wenn du wie kurs of you wir arbeiten im hintergrund ja auch viel mit medienschaffenden und youtuber zusammen wir hosten auch youtuber projekte und solche geschichten und beraten die auch im bereich it und it sicherheit und da hat man natürlich den ein oder anderen kontakt mit den leuten und ich bin halt auch auf den ein oder anderen veranstaltungen von youtuber und dann läuft man sich halt mal über den weg und also jetzt im moment schwierig mit corona aber das kommt ja wieder und vor corona war das definitiv so bekannt ist das event ist halt nun mal zum beispiel die gamescom wo man halt dann doch mal den ein oder anderen trifft unter anderem halt auch holger zum beispiel dann unterhält man sich mal wieder nett und so weiter und es ist halt also aus meiner sicht ist es halt schon ganz gut wenn man sich mit solchen leuten dann halt austauschen kann und ich bin sowieso jemand wenn ich halt merke okay das ist halt jemand der das ganze auch nicht so ja konkurrenzmäßig sieht dieses thema youtube und online medien dann unterhält man sich da auch ganz gerne mal und wir haben ja bei dir ist ja auch nicht anders du hast ja auch einige kontakte aus dem bereich ohne jetzt namen zu nennen aber die sind ja auch nicht gerade klein im youtube business und ja also es ist es ist irgendwie absurd in was für einer welt sich da dieser schreiber gerade befindet vor allem was mir jetzt gerade noch eingefallen ist was ich jetzt mal auch mal sagen muss ist es einfach so wir haben jetzt hier irgendwie einen einzigen kommentar dazu von wegen soll sich distanzieren es hat sonst niemand also es interessiert sonst sowieso ohnehin nicht die bohne wir sind jetzt hier nicht so also ganz offen gesprochen kein portal mit hunderttausend abonnenten abonnenten auf youtube oder irgendwas also ich sage jetzt einfach mal die die relation sehe ich halt auch einfach gar nicht also jetzt mal so betrachtet das ist halt richtig mich also für mich ein bisschen hanebüchen in hana bei gezogen und jetzt hier irgendwie sagen wir distanzieren uns und was bringt uns das jetzt also ich meine wir jetzt distanzieren wir uns darf also sollen wir uns davon distanzieren irgendwie von 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 holger oder so dafür dass er kritische interviews macht was ja totaler quatsch ist weil das ist ja gerade sinnvoll das ist ja guter journalismus also sehe ich halt einfach nicht genau ja und andersrum scheint das ja auch zu funktionieren also andersrum meine ich jetzt von seitens ken jebsen dass er ja trotzdem auch offen ist aus der bubble raus zu gehen natürlich klar mit dem hintergedanken vielleicht auch noch leute zu werben das ist natürlich ganz klar aber ich bin mal ganz ehrlich wenn ich irgendwo zu gast bin dann möchte ich natürlich und das ist ja bei dem zuschauer hier auch hat es ja auch funktioniert dann möchte ich natürlich auch vielleicht noch ein paar neue leute auf unsere plattform hier locken auf unseren youtube-kanal auf dem podcast allgemein kurse für you sachen und auf die sachen aufmerksam machen und ich meine von dem gedanken muss man sich auch mal los lösen wenn ich irgendwie ein projekt oder irgendeine firma repräsentiere dass ich irgendwo in ein medium gehe ohne den hintergedanken zu haben dass ich vielleicht doch dafür noch ein bisschen werben kann in irgendeiner form und wenn es nur subtil ist dass man einfach erwähnt wird so und das ist ja auch immer der punkt mit zum beispiel mit den talkshows wir schweifen jetzt sehr ab aber das nur mal am rande warum werden da dann immer bücher erwähnt filme von den leuten die da zu gast sind eben deswegen weil die sonst nicht in die podcast in die talkshow kommen würden und sie kommen halt dahin weil sie jetzt neues produkt haben oder irgendwo halt vorgekommen sind und dann wollen die das da bewerben und nichts anderes war das da halt auch dass ich gesagt habe okay also bis die bis auf diese auftragsarbeit natürlich und wir reden hier aber auch von einem beitrag der ist einige jahre alt und ich stehe auch noch voll dahinter also wenn sich jemand den vortrag an oder den beitrag anhört da ist nichts drin da geht es halt um fachliche sachen da geht es halt um it sicherheit und um auch um kurs of you klar also natürlich das war auch so ein ding was aber auch von adam kam so also den wort laut weiß ich jetzt nicht mehr aber er fand das halt scheinbar nur fair dass man da auch mal kurz noch erwähnt dass wir da dass ich natürlich auch noch was anderes mache als hier zu gast sein und dass das projekt kurs of you heißt und was wir da machen und so weiter und das war auch bestandteil der sendung natürlich na klar die leute müssen ja auch wissen welchen background hat dieser komische typ der da jetzt da sitzt und mir was erklären möchte also ich meine es ist ja oftmals als gerade bei mir es ist ja weniger die persönlichkeit sondern eher das was wir hier mit dem portal machen oder mit dem mit dem projekt machen und das ist ja eigentlich das ausschlaggebende ich selbst bin in dem fall austauschbar weil ich da könnte ich auch was weiß ich da könnte ich auch reiner kallmund hinsetzen wenn der die gleichen inhalte präsentiert ist es euch völlig wurscht euch geht es ja nicht um die persönlichkeit anders wie vielleicht bei einem model oder so oder bei einem schauspieler ja geht um inhalte so und jetzt noch mal anders so noch mal um auf knfm zurückzukommen der hat ja auch sich wiederum andere leute eingeladen zum beispiel jp performance oder so war ja auch ein interview wo es ja ganz wenig um das thema verschwörungstheorien ging und so weiter sondern es ging ja eigentlich primär um das was er macht und der lädt sich halt scheinbar knfm lädt sich halt auch andere leute außerhalb der bubble ein weil ich würde jp jetzt nicht in diese in diese verschwörungstheoretische ecke schieben ich würde ihn sogar ich würde sogar so weit gehen dass es dass ich sagen würde der ist sehr auf meiner politischen wellenlänge in vielen punkten und ja was soll man dazu sagen also macht euch das selbst ein bild ich werde mich davon nicht distanzieren tut mir leid also dann sorry dann bist du halt nicht mehr unser abonnent aber entschuldigung aber wenn man sich von guten journalismus distanzieren muss wo leben wir denn das ist so der urgroßvater der cancel culture hier das ist ja unglaublich also ich weiß es nicht okay jetzt machen wir deckel drauf weil wir reden hier schon ziemlich lange über dieses thema außer du hast noch irgendwas anzumerken ich hätte jetzt mit der nächsten frage fortgefahren weil die passt ja irgendwie auch so ein ganz klein wenig gerade dazu direkt dann machen wir weiter oder na klar genau die nächste zuschauerfrage ist würdet ihr euch auch von einem radio- oder fernsehsinter interviewen lassen oder auch so gesagt würden die auch aus unserer bubble rausgehen natürlich also also ich würde da auf jeden fall würde ich das machen klar muss man ein bisschen vorsichtig sein wie das aber wir hatten ja schon du hattest ja auch schon mal einen gastauftritt beim br da ging es um das thema video überwachung ist schon ein bisschen her das hat aber damals war das in zusammenhang mit einer demo die wir damals veranstaltet haben da ging es um den nsa skandal und so weiter da waren wir auch mit dabei als medienpartner und daraufhin ist es dann irgendwie vom br initiiert worden und wie gesagt ich bin da völlig offen klar es kommt immer auf das medium darauf an aber ja warum nicht also würde ich mir natürlich vorher noch mal angucken also ich habe auch schon eine anfrage ich hatte auch schon für eine schülerzeitung mal was gemacht also jetzt nicht in meiner schulzeit sondern außerhalb hatte ich auch schon mal was gemacht ich weiß gar nicht ob das damals abgedruckt wurde oder irgendwas keine ahnung da hatte ich auch mal eine anfrage bekommen also falls uns da jemand auch zuhört von der schülerzeitung oder so kein problem also das ist solange wir dann irgendwo verlinkt werden ist alles nein nein es reicht der name aber ihr wisst was ich meine also es ist halt so ein ding wenn ich halt da keinen nutzen für uns sehe oder auch den nutzen den persönlichen nutzen dann sage ich mal in form von erfahrung sammeln oder kontakte knüpfen oder so weiter dann ist es halt schwierig deswegen ja aber grundsätzlich ja einfach an also falls da bedarf besteht einfach mailen entweder an tag talk at kurs of you.com oder ihr könnt auch an die adresse ich überlege gerade projektleitung at kurs of you.com eine anfrage schicken und was wir auch anbieten mit der kurs of you services dass wir zum beispiel stellungnahmen zu it sicherheitsgeschichten machen das geht auch das wäre dann info at kurs of you.com services da könnt ihr dann auch anfragen ja dann würde ich sagen machen wir nächste frage oder machen wir die nächste frage dass man hier ein bisschen zucht rein bekommt so nächste frage ich habe mal wieder ein gedankenexperiment für euch alte metalheads ja halt sind wir wirklich langsam ja genau wenn ihr euch ein konzert im bereich deutsch assi rap deutsch pop edm und schlager geben müsstet was würdet ihr euch da anhören freue mich auf eure antworten macht weiter so und schöne grüße kilian der kilian hat doch schon mal was geschrieben ja ich name kommt mir bekannt vor jedenfalls schon mal vielen dank für die grüße gehen natürlich auch zurück und raus genau ja ich habe was auf der zunge wie du willst schieß los ich wollte gerade sagen jetzt wäre es halt interessant gewesen wenn wir diesmal zu viert gewesen wären oder so aber wir sind halt heute nur zu zweit aber du kannst gerne anfangen weil ich glaube er unterschätzt so ein bisschen die variabilität von uns so ein bisschen könnte sein ja ja also ich muss sagen deutsch assi rap würde ich mir jetzt schwer tun weil das echt nicht so meine welt aber wenn ich jetzt sagen würde okay deutsch pop oder edm weil schlager ist dann auch schon wieder schwierig das maus finde ich ganz geil k301 zum beispiel headhunters hardwell oder zum beispiel wenn es ein konzert geben würde ansonsten von justin polnick irgendein stream kann man sich auch gönnen das ja auch ein bunter mix von alle mit dabei ja der dj justin polnick auch jemand den man über solche youtube events kennengelernt hat ja dann mache ich mal weiter also bei mir würde man das wahrscheinlich nicht denken vor allem hier heute mit bärtus t shirt aber ich natürlich ich bin da relativ offen ich habe sogar weil es sich angeboten hat bei rock im park mit georg war ich bei alligator zum beispiel und ich fand das sogar recht cool also kann ich mir durchaus geben aber allgemein jetzt also er hat ja gemeint deutschen assi rap ist das passt einfach zu gut ist kapital bra ist das assi rap kann man das sagen ja auf jeden fall irgendwie so street street rap deutscher street rap der ist ich finde irgendwie lustig also es ist das geht halt völlig an dem vorbei was was er eigentlich darstellt weil er macht ja hier einen auf harten und hier und ich sorry ich fick euch hier alle weg und so aber das hat so eine unfreiwillige komik was der ausstrahlt auch die videos und das ich finde der flow und so weiter ist teilweise echt gut also ich kann nachvollziehen und das hätte ich nie gedacht ich kann wirklich nachvollziehen warum leute den hören so wenn man einfach mal die melodien und so oder zum beispiel wie hieß denn dieses video wo diese ach wirst du nicht wissen der hat da gibt es ein musikvideo von ihm da haben sie in berlin so eine verfolgungsjagd mit einem mit einem polizeiauto gedreht wirklich gut produziert also wirklich wirklich gut produziert ich glaube das war makarov komplex oder so ich glaube so ist auf jeden fall google aber nichts gefunden auf jeden fall kapital bra ist auf jeden ich kann es nachvollziehen und ja also würde ich wenn wenn ich irgendwann mal auf ein ein solches konzert müsste wäre es wahrscheinlich kapital bra dann deutsch pop schwierig also deutsch pop ist wirklich schwierig allerdings gehe ich da mal nach sympathie werte und das war das war eher zufall einmal weil einmal weil der beim beim von der laden war fand ich sympathisch und einmal weil weil der bei ähm so voice in der jury war würde ich wahrscheinlich dann eher zu vincent weiß gehen und der ist metal hat hat er gesagt also dann dann wäre das schon mal okay ähm was haben wir noch edm was ich noch ganz sicher einfallen würde deutsch pop so spider murphy gang oder sowas ist es pop das ist doch ja doch ist es schon ja doch dann das spider murphy gang auf jeden fall kraftwerk kärs noch kraftwerk ja kraft club ist rock kraft club ist äh indie rock ich guck gerade mal also also ich gibt auch so ein paar djs also wie gesagt den dj justin polnick kann ich empfehlen ich würde mir ehrlicherweise sogar bei bei deutsch pop vielleicht sogar noch udo lindenberg geben ich habe früher aber wenn wir mit meiner tante waren haben wir abends und grillen oder so lief irgendwie immer udo lindenberg weil mein onkel da voll drauf stand und ich fand irgendwie so paar sachen ganz lustig ja nee aber ähm edm so ja hardware oder so ist ganz nett also das sind halt die großen die die man halt irgendwo schon mal gehört hat die sind sicherlich ganz ganz geil ähm ja ansonsten kann ich skrillex zum beispiel ja skrillex ist auch ganz witzig ja genau so dann haben wir das abgedeckt ähm schlager ähm ich habe ich habe was und das ist jetzt gleich hier so ähm das ist wie soll man sagen das ist schon fast eine eine beichte hier nee ich war mal ich war sogar mal mit verwandtschaft auf einem äh konzert von warte mal wie heißen die noch mal äh santiano genau so ja es ist es ist so äh es ist ja eher es ist ja kein richtiger schlager es ist ja eher so so shantys richtung pop bis teilweise rock mit drin also kann man sich noch eher hören also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht so äh was weiß ich ähm helene fischer oder so oder ähm was weiß ich die kasselruder spatzen oder sowas was meine oma eher hören würde oder semino rossi aber ähm ja aber das geht schon so ja mir ist also ja ja gut hier noch überlegt so bei rap war ich mir so schwitze aber also ich finde jetzt äh kollega wäre jetzt kein deutsch-assi-rap und ich finde inhaltlich auch vieles nicht so in meiner welt aber lyrisch muss man schon lassen ist schon fett was er teilweise macht könnte ich mir auch noch geben so äh ich habe hier bei mir auf spotify so eine ähm mainstream ja wir machen jetzt mal so eine alternative nicht metal liste die wir raushauen können und und da habe ich jetzt hier zum beispiel auch songs drin den apache habe ich auch drin 207 apache 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 207 nicht zu verwechseln mit aber eine alte version ähm ne den habe ich zum beispiel drin contra k habe ich noch drin äh ist ja auch äh bekannt so ach ja so manch ich habe ein paar von felix jen habe ich ist das edm ist doch edm oder felix jen hätte ich schon gedacht ähm ja alligator habe ich ja schon gesagt ähm ja so viel dazu aber ich habe früher ähm wirklich also früher habe ich wirklich hauptsächlich edm gehört das glaubt man kaum also wie ich in meiner jugendzeit und dann irgendwann bin ich so zum extrem also extrem nicht da gibt es viel krassere Leute aber zu einem relativ eingefahrenen Metalhead geworden aber ähm wie gesagt früher so ich wollte ja früher auch mal DJ mäßig was machen also auch wenn man ich kenne da sogar noch so Bilder ja da gibt es da gibt es Bilder die sind irgendwo im Giftschrank äh wo ich damals mit Nico zusammen äh hier in in unserem Dorf hier Jugenddisco gemacht habe und ich dachte Schlagerpartys ne spannend ja und nee habe ich ohne Scheiß ich habe dann auch bei so Hochzeiten und so weiter oder oder auch Dorffesten und so habe ich auch aufgelegt und das war dann halt wirklich so Helene Fischer und äh ich kenne da halt auch sehr viele Lieder ne und so Rex Gildo und so ja ähm der ist ja nicht mehr unter uns aber solche Leute habe ich äh auf jeden Fall dann da aufgelegt ähm aber es war jetzt nie krasse Volksmusik das war dann schon eher so Partyschlager und so Jürgen Grefs und solche Sachen so mit grölen und saufen und sowas halt aber habe ich früher gemacht äh würde ich jetzt nicht mehr machen aber ich war jung brauchte das Geld das war halt wirklich ein gut also war wirklich ein guter Verdienst irgendwie um das Taschengeld und sich solche teuren Hobbys halt einfach zu finanzieren war das halt einfach recht nett und es gab äh es gab kostenlos Essen und Getränke und so die Leute waren gut drauf also meistens ähm und na es ist glaube ich ich glaube sogar dass es noch besser ist bei solchen Sachen aufzulegen wie wenn du jetzt irgendwo äh in einem Club auflegst glaube ich ist sogar teilweise angenehmer aber würde ich nicht mehr machen die Zeiten sind vorbei ich bin da auch nicht mehr drin ich kenne ich habe jetzt äh neulich mal mit einem Kollegen der halt noch auflegt gesprochen und ich bin da überhaupt nicht mehr drin also ich würde allein mit dem DJ Equipment schon völlig äh würde ich nicht mehr klarkommen also da das die Zeiten sind vorbei gut ja nochmal eine nächste Frage oder ja klar genau ähm die ist folgende ich befürchte den ganzen GameStops und so weiter wird es so gehen wie mit den Videotheken vor einigen Jahren ein paar hippe Läden wird es für Enthusiasten weiterhin geben würde ich würde ich unterschreiben oder ja also kann gut sein ich also ich fände es extrem schade ich bin mir noch nicht so ganz sicher weil mein GameStop hat man ja immer noch die Möglichkeit zum Beispiel Spiele gebraucht zu kaufen bin ich auch ein großer Fan von gerade bei Konsolen weil ja ähm hallo ebay Kleinanzeigen ja dann was letzter Preis genau wo wir mit den letzten Leuten abgeben danke nee da kann ich mir die Kugel geben oder einen First Level Support geben ich schenke dir Rassen mehr du schenkst mir GTA 4 genau äh was ist was ist letzter Preis äh halber Preis oder nehme ich geschenkt ja nee also vermute mal schon ja ähm es geht inzwischen so viel in die Richtung aber ich war heute erst noch im GameStop und ähm fand es eigentlich ganz cool mal wieder jetzt nach Corona und einige dann offen haben ja und dann doch mal wieder physisch auch Spieleverpackungen in die Hand zu nehmen und zu schauen was da so drauf steht war ganz nett ich bin ja hier auch noch so ein physischer Mensch ich hab ja auch noch hier Musik-CDs die ich ähm sammle also das ist auch so noch von also ich weiß nicht ob das noch Leute machen werden also Vinyl ja klar aber ist mir jetzt teuer wenn ich mir im Monat äh also teilweise in den letzten Monaten war es ganz schlimm ich hab jetzt hier so 20 äh neue Alben gekauft also wenn ich mir das auf Vinyl kaufen würde äh es wäre zwar definitiv geiler fühle ich auch aber äh es ist halt wahnsinnig teuer also allein dieses Album jetzt hier von den Architekts das auf Vinyl kostet glaube ich 80 Euro oder so die CD kostet 20 wenn du die nicht irgendwo illegal ähm erwirbst illegal Quatsch äh günstig erwirbst 20 halt im normalen Handel ähm also von daher aber ich finde ich klar also ich kann das Argument verstehen ich weiß nur nicht wie halt äh die nachfolgenden Generationen von uns beiden ähm wie die damit umgehen zukünftig ob das da immer noch ein Thema ist oder ob das halt noch weiter zurückgedrängt wird ähm kann man schlecht sagen und bei Spielen was halt da noch sein könnte dass man irgendwie noch also wenn diese Läden und da geht man ja schon wieder in Richtung Enthusiasmus ähm äh wenn diese Läden äh wenn diese Läden noch irgendwie so eine Community Funktion mit haben dass sich da Leute treffen und so weiter so eine Art Gamer Stammtisch oder sowas äh könnte ich mir vorstellen dass die noch eine Chance haben aber da muss man halt mehr machen als einfach nur äh Regale haben mit Spielen drin naja ähm dann letzte Frage würde ich sagen ja auf jeden Fall mit dem mit dem eigentlichen Podcast nochmal weiter wie findet ihr das bisherige Lineup von Rock am Ring und Rock im Park äh ja okay also ich finde es okay ich muss selber gerade nochmal drauf gucken ich habe vorhin mal drauf geschaut also ich kann jetzt sagen für meinen Geschmack ja also ist jetzt ist jetzt nicht schlecht ähm so ein paar gute Sachen dabei die mir irgendwie auch taugen also gerade wenn ich mal schaue gut Billy Tennant ist dabei August Burns Reds dabei ähm Boyderson auch da bei Bullet for My Valentine so äh Muse ist dabei finde ich auch ganz nice ähm das haben wir noch eben gehabt eben Of Mice and Man auch sehr geil Scooter ist auch dabei Scooter kann man hier nicht auch immer feiern das ist auch so ein Guilty Pleasure von mir dass ich irgendwann mal zu einem Scooter Konzert also es wäre vielleicht wirklich die Gelegenheit mir bei Rock im Park nächstes Jahr mal wirklich Scooter natürlich auf ganz ironischer Basis mal anzugucken aber ähm das ist wirklich sowas das muss man glaube ich mal erlebt haben das ist einfach da da führt kein Weg dran vorbei ja ich finde ich finde es okay aber ich bin aktuell noch so ein bisschen wo ich sage die die aktuell diese richtigen Hammer ähm Acts die fehlen mir noch so ein bisschen klar Stick to your guns ist auch ganz nett und so weiter ähm Weezer manches ganz gut Alligator ist ja auch wieder dabei sehe ich gerade aber irgendwie so der absolute Knaller aber ich glaube auch äh dass aktuell also mein Gefühl einfach nach Corona werden Konzerte und Festivals erst mal etwas komisch werden das ist einfach das ist man nicht mehr gewohnt und das ist ein bisschen naja aber wie gesagt also ich bin da ganz neutral ich schließe nicht aus dass ich mir da vielleicht ein Tagesticket holen werde aber ich glaube nicht weil mit dem aktuellen Lineup dass ich komplett beim Festival dabei sein werde weil ich bin dann schon sehr sehr äh Band getrieben also würde jetzt niemals auf die Idee kommen da einfach nur auf ein Festival zu gehen dass ich auf ein Festival gehe was ja manche machen sondern ich bin da ja eher der der das wirklich also der die Mucke der Mucke wegen dahin fährt und mich zum Saufen ähm und deswegen aktuell naja okay ähm dann würde ich sagen starten wir mal in unsere Themen rein jawohl ähm gleich mal weiter oder genau für die Leute die übersprungen haben herzlich willkommen zurück ähm genau wir bleiben aber nochmal bei Ken FM und Ken Jebsen ähm weil Anonymous also dieses Kollektiv hat die Website von Ken Jebsen oder ja sein Portal eigentlich geknackt genau und zwar ähm hat das Hecker-Kollektiv Zugriff auf Daten von dem Portal erlangt und nach eigenen Angaben knapp 3 GB an Daten kopiert unter anderem sind die knapp 40.000 persönliche Daten von Abonnenten sowie Namen, Vornamen, E-Mail, Passwörter, Spenderdaten bis also Spenden also Geldspendendaten bis 2019 Geldbeträge die ungefähr auf 38.000 Euro bekommen in die Hände gefallen heißt es auf Anonleaks unter anderem ähm auch API-Schüssel 3 GB an Daten Tokens und so weiter und so fort die noch ausgewertet werden sollen ja und das Ganze äh ist eigentlich nur passiert weil man auf einen SQL Dump gestoßen ist natürlich sehr klug wenn der natürlich irgendwo im Netz rumliegt und ähm da hat man ein vollständiges Datenbank-Backup der WordPress-Installation von der Seite gefunden ähm und hat den dann ja aufgearbeitet man hätte noch nicht mal ähm die WordPress Passwort-Hashes der eigenen User knacken müssen sondern hätte auch so administrativen Zugriff relativ einfach erhalten heißt es ja ja ähm sieht man mal wieder dass sowas halt auch passieren kann ähm hat aber jetzt nichts mit unserer nicht vorhandenen Distanzierung zu dem Portal zu tun und mit Massengeschmack ist halt einfach jetzt parallel passiert deswegen hab ich's mal mit reingenommen was jetzt auch ähm passiert ist wo wir schon vor einigen Monaten darüber gesprochen haben ist ja das Thema Bundestrojaner und äh leider Gottes hat jetzt die äh Schwarz-Rot-Regierung ähm das Ganze durchgewunken das heißt also äh dieses Thema ja Bundestrojaner ähm ist mittlerweile ähm genehmigt und dementsprechend haben jetzt die Sicherheitsbehörden die Befugnis ähm über einen Trojaner auf eurem Smartphone den äh Messager zum Beispiel abzugreifen also nur als Beispiel die können wahrscheinlich auf das komplette Gerät zugreifen ist ja ein Trojaner aber das ist halt so der wie sagt man so der Aufhänger bei der ganzen Geschichte ähm dadurch dass ja auch WhatsApp und äh andere Messager Ende zu Ende verschlüsselt sind ähm ist da eben so angedacht dass man eben über diesen Staatstrojaner diesen Chatverlauf dann eben mitlesen kann und das ist halt schon eine heftige Geschichte und es gab ja auch sehr 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 viele Warnungen von äh Sachverständigen einmal zu dem Thema Unverhältnismäßigkeit aber dass man eben auch potenziell Sicherheitslücken äh in Systeme einbaut oder eben auch Sicherheitslücken ähm ja von Kriminellen genutzt werden können und wir haben bereits das habe ich mir mal hier notiert in der Folge 32 wirklich sehr ausführlich darüber geredet deswegen aufgrund unseres Zeitmangels würde ich euch mal bitten wenn euch das interessiert ähm finde ich war eine sehr sehr gute Folge ist auch recht gut geklickt worden und gehört worden dann guckt mal in die Folge 32 die ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt äh ihr findet die natürlich aber auch in eurer Podcast App falls ihr das Ganze über das Audio über den Audio Stream hört den Podcast dann könnt ihr auch über Spotify und Co iTunes und über unseren RSS und so weiter könnt ihr natürlich auch ähm die Folge 32 euch noch anhören ähm da haben wir nämlich diese ganzen ähm ja Bedenken ausführlichst ähm aus diskutiert sag ich mal genau ähm gucken wir mal vielleicht wird das Ganze ja nochmal gekippt ich habe ja immer noch Hoffnungen dass da genauso wie mit Artikel 13 und 17 dass da irgendwann Leute dagegen klagen und so weiter und dass es dann da vielleicht irgendwie noch Möglichkeiten gibt gut ähm ja die Möglichkeiten bei der VR Bank waren vor kurzem im Online Banking etwas beschränkt ähm und da gab es wohl einen äh DDoS Angriff und ähm wie vielleicht mittlerweile auch ähm mehrfach schon hier bekannt gegeben gibt es ja da hinter einen Dienstleister das kann man auch in den ganzen Pressemitteilungen nachlesen der sich um dieses ganze Thema kümmert das ist ja diese Fiducia und heißt die wirklich und GAD AG oder genau Fiducia und GAD IT AG ist es genau und äh die kümmert sich ja um die IT hinter dieser äh hinter den Volks- und Reifeisenbanken und da gab es jetzt wohl einen DDoS Angriff ähm leider steht also sie haben was ich sehr gut fand sie haben das auf Twitter auch ganz öffentlich kommuniziert äh natürlich haben die nicht genannt äh was für ein DDoS Traffic da drüber gegangen ist man kann aber spekulieren und ich sag mal so wenn ein Dienstleister in dieser Region Probleme bekommt dann sind es nicht nur 10 Gigabit das kann man ganz klar sagen ja also ähm und ich meine zu wissen dass es in dem Bereich sogar die Zertifizierung verlangt dass man ein eigenes Scrubbing Center betreibt was den Traffic bereinigt äh und dann kann man davon ausgehen äh wenn selbst dieses Scrubbing Center da nicht mehr hinterherkommt dass es eben schon wahrscheinlich eher im 3 vielleicht sogar noch höheren Bereich war äh dreistelligen Gigabit Bereich oder noch höher ähm der Angriff und ähm betroffen war halt eben auch das Online Banking und ähm aber ich hab's jetzt auch mal mit reingenommen weil ich eben auch die Kommunikation da mal loben wollte äh auch wenn's natürlich blöd ist es ist ein Sicherheitsvorfall definitiv es ist nervig äh aber es kann halt passieren es kann jeden treffen und das sieht man halt da auch mal wieder und ich bin davon überzeugt dass die jetzt nicht gerade äh sag ich mal mit der IT auf der letzten Rille fahren gerade im Bankensektor ist es ja auch so dass durch die Zertifizierungen sehr viel abverlangt wird sehr viel Systeme verlangt werden sehr viel ähm Know-how auch intern vorgehalten werden muss und ähm deswegen kann man sagen okay das war wahrscheinlich wirklich ein ordentlicher heftiger DDoS-Angriff und blöd gelaufen aber es kann halt auch andere Banken treffen und das sehen wir ja auch immer wieder dass es eben auch uns trifft oder auch Kunden und dass es halt manchmal wirklich schwierig ist ähm sowas abzufangen oder zu mitigieren ähm da könnte ich mir auch vorstellen dass es da auch nicht unbedingt jetzt ein Angriff von irgendeinem Kiddie war man weiß natürlich nicht wer das war aber äh vermutlich war das jetzt nicht unbedingt ein Kiddie was im Darknet sich so ein DDoS mal geklickt hat aber gut es gibt halt keine öffentlichen Informationen dazu und ähm was auch was es auch immer wieder gibt das habe ich jetzt selbst äh auch schon bei einem Kunden erlebt dass man eben zum Beispiel Erpressung schreiben bekommt also dass man eine E-Mail bekommt ähm hier zahl mal so und so viel Bitcoin ansonsten schießen wir dein Portal weg und ähm das kommt durchaus vor und ähm das hat natürlich auch strafrechtliche Relevanz das ist ja bei diesen ganzen Sachen immer äh auch so und ähm da kann es natürlich sein dass sowas da auch passiert ist habe ich jetzt irgendwie nicht in den Pressemitteilungen gefunden ähm aber wie gesagt sowas kann natürlich auch vorkommen oder wenn ich mich äh erinnere damals an das Thema Hambacher Forst und RWE äh die sind ja auch weggeschossen worden also da gibt es teilweise natürlich auch politische Hintergründe und kann natürlich auch von irgendeiner Organisation gewesen sein deswegen also ich bin mal gespannt ob da noch was an die Öffentlichkeit tritt aber äh bisher natürlich äh relativ bedeckte Informationen aber das ist bei solchen Vorfällen nichts Ungewöhnliches ähm man möchte ja trotzdem den Angreifern vielleicht nicht unbedingt eine Bühne äh anbieten und natürlich auch keine Informationen nach außen geben ähm über die Sicherheitsinfrastruktur die da vorliegt gut ähm aktuell funktioniert es glaube ich wieder ich bin nicht bei der VR Bank aber ich habe einen Kollegen mal gefragt bei dem läuft wieder alles ähm also es waren jetzt keine es war jetzt nicht so schlimm dass da wochenlang keiner arbeiten konnte oder überweisen konnte oder so also muss man auch dazu sagen gut ähm dann ähnliches Phänomen gehen wir mal von ich wollte schon gerade sagen das wäre aber auch unfair und ich weiß Pearl hat sicherlich auch Anwälte äh von einem seriösen Unternehmen zu einem unseriösen aber das kann ich jetzt hier nicht bringen ähm nein kommen wir mal zu einem Versandhändler Pearl der hatte nämlich auch ein bisschen Probleme wie sich im Nachhinein rausgestellt hat aber auch mit einem DDoS Angriff also es liegt sehr nahe weil der Online Shop war nicht verfügbar und das ist halt so ein Ding muss ich ehrlich sagen Pearl die kenne ich schon seit Ewigkeiten ja das ist Wahnsinn 89 glaube ich ja gut so alt bin ich noch nicht aber ich kenne die seit Ewigkeiten und es ist es ist richtig äh crazy dass es die immer noch gibt weil wenn du mich fragst ich nichts was ich von denen jemals gekauft habe hat länger als ein Jahr oder so gehalten ähm also ich ja also jetzt no front das ist so ein bisschen der deutsche AliExpress genau und es ist halt echt lustig und äh Holger lustigerweise in dem Fall Holger von MassengeschmackTV der hat auch mal einen Beitrag dazu gemacht ähm PearlTV so das war vor ein paar Monaten ist halt immer noch das gleiche im Prinzip dass da halt die werben halt mit leicht begleiteten Frauen ihre Produkte die halt völlig bescheuert sind und es ist teilweise so skurril wo dann halt so eine erwachsene Frau leicht begleitet auf irgend so einem Spielzeugauto dann durch die Gegend fährt und so und das bewirbt oder so also völlig völlig absurd und ähm allgemein Teleshopping völlig absurde Baustelle aber ähm ich da muss ich immer das kann mir nicht helfen da muss ich immer an den Hobelmax von Switch denken und so weiter wie kennst du das ähm falls jemand das nicht kennt einfach mal Switch Reloaded und Rainer wie ist der Freiwald ne Walter Freiwald Walter Freiwald ja genau einfach mal eingeben es ist Hammer also ist wirklich Hammer und ähm das ist halt Teleshopping hat sich mir noch nie wirklich erschlossen warum das sinnvoll sein könnte naja auf jeden Fall äh long story short die waren da nicht erreichbar und ähm haben einen Krisenstab gegründet und externe IT-Sicherheitsexpertise dazu geholt und ähm ja mittlerweile geht jetzt der Shop wieder und ähm Bestellungen waren damals halt nur über Ebay und Amazon äh möglich damals äh oder die sind scheinbar da auch auf diesen Plattformen und äh aber der Fernsehsender lief lustigerweise weiter die haben also weiterhin ähm die Produkte beworben die man dann halt im Onlineshop gar nicht kaufen konnte und es gab wohl auch eine einen einen Unwetterschaden im äh Sendezentrum äh muss ich sagen Unwetterschaden hatten wir jetzt auch vor ein paar Wochen hier Keller ist vollgelaufen wir hatten noch nie einen vollgelaufenen Keller aber das hat so heftig hier geregnet ähm dass halt diesmal trotz Rückschlagklappen und alles ist halt das Wasser durch die Kellertür über die Kellertreppe reingelaufen und davor ist sogar noch ein Gulli und das ist da drüber und das war richtig verrückt aber ja deswegen Pearl ich bin mal gespannt wie lang das ist doch auch so ein Ding könnte ich mir vorstellen äh wenn wenn irgendwie die Generationen irgendwann dann nicht mehr da sind ich glaube so so einen heutigen Jugendlichen der würde dann nichts mehr bestellen also da zieht es glaube ich nicht mehr aber bei den älteren einsamen Herren könnte ich mir vorstellen dass vielleicht da doch der ein oder andere dann gerne mal was bestellt obwohl das einfach völliger Elektroschrott ist ja ich darf mich jetzt noch nicht so nein es ist natürlich nur Satire ganz klare Sache Pearl hat natürlich auch hochqualitative Hardware äh für den PC ich hab lustigerweise für meinen ersten Selbstbau PC hatte ich da die Lüfter und so Zeug gekauft bei denen naja äh gut dann würde ich sagen äh kommen wir zu der nächsten Seite die in letzter Zeit down war das ist Wahnsinn kaum machen wir mal längere Zeit kein Podcast ist hier das halbe Internet down also gefühlt ja äh und zwar gab es da doch auch größere Probleme ähm seitens Fastly wer Fastly nicht kennt das ist ein äh amerikanischer Content Delivery Network Dienst äh Dienstleister aus San Francisco und die hatten etliche Stunden Probleme mit ihrem CDN also mit ihrem Content Delivery Network und da waren auch einige größere Seiten betroffen also unter anderem Amazon, Reddit und ähm ja noch ein paar andere Größen was natürlich dann nicht ganz so nice Spotify und Twitch zum Beispiel hat es auch getroffen ähm unter anderem waren auch die sämtlichen Regierungsseiten Großbritanniens nicht mehr erreichbar da sieht man auch mal wieder was für einen Impact das hat wenn halt irgendwo bei einem CDN Dienst oder sowas irgendwelche Probleme gibt dann ist gefühlt irgendwie das halbe Internet weg und wenn man dann mal so schaut irgendwie so die die größten Seiten oder die meistbesuchten Seiten laufen halt irgendwie über eine Handvoll Dienste und wenn da halt irgendwas streikt ähm dann ja ist der Ofen aus ne ja ja man hat's äh vor ein paar Wochen das hab ich jetzt artikelmäßig nicht gefunden da hatte Amazon also AWS Amazon Web Services in Frankfurt ein kleines Hitzeproblem ähm und dann hat war nicht war nicht wie bei UVH oder nee also so warm war's dann doch nicht aber die Brandmeldezentrale hat ausgelöst äh weil die Temperatur halt sehr also sie haben zumindest eine Brandmeldezentrale kann man das sagen und ich hab das halt auf Twitter also ich hab's halt gemerkt weil zum Beispiel meine smarten Steckdosen nicht mehr funktioniert haben und meine meine Alexa ich hab mich gewundert warum auf einmal die nicht mehr so schnell reagiert wie ich es eigentlich gewohnt bin ähm und dann hab ich auf Twitter gelesen okay da gibt's wohl scheinbar ein Problem und ähm Feuerwehr war auch vor Ort klar wenn die Brandmeldezentrale auslöst dann ist da natürlich äh Einsatz vor allem wenn so ein großes RZ also man kann ja davon ausgehen dass das RZ von Amazon in Frankfurt relativ groß ist Frankfurt ist halt auch sehr beliebt wegen dem D6 in Frankfurt dem Knotenpunkt und deswegen stellen auch viele Anbieter die äh europäische Dienste anbieten ihren Server nach Frankfurt das ist halt auch so ein Ding sag ich mal für Deutschland spricht es halt in dem Fall auch als Server Standort äh dass man halt da relativ gut am europäischen Internet angebunden ist und ähm ja und da waren halt auch Dienste betroffen die jetzt eigentlich nichts mit Deutschland so zu tun haben aber halt einfach ihre europäischen Server in Frankfurt im AWS stehen haben und ähm ja das muss schon da ordentlich warm geworden sein aber gut ja Fastly ähm durch Reddit hatte ich das damals gemerkt dass Reddit auf einmal weg war ähm oder halt schlecht geladen hat und bei Cloudflare sieht man das gleiche ja im Prinzip ist es ja auch ein CDN macht zwar ein bisschen mehr mittlerweile noch aber im Prinzip die Kernfunktion war ja früher mal ein CDN und ähm da merkt man halt auch wenn Cloudflare mal weg ist äh dann hast du auf jeden Fall Spaß also äh dann geht sehr wenig im Internet und bei Akamai ist genau das gleiche und äh ja das ist halt diese finde ich teilweise auch schwierig diese ähm Dezent äh diese Zentralisierung vom Internet weil das Internet ist ja eigentlich dezentral aufgebaut im Prinzip aber ähm durch diese ganzen Dienste wird das Internet halt doch irgendwie zentraler deswegen bin ich auch noch ein großer Freund davon äh dass es halt auch kleine Hostingunternehmen und kleine Dienstleister gibt und nicht nur diese großen äh Massen-Hoster ähm weil wenn die ein Problem haben dann ist halt äh ruckzuck äh ziemlich zappenduster und ähm ja aber der Trend ist halt leider Gottes in Richtung Public Cloud und zu den großen Cloud-Anbietern ob das jetzt eine Microsoft ist oder eine ABS oder Google Cloud äh völlig egal oder Baidu Cloud gibt's ja auch ähm ähm aber finde ich nicht gut muss ich ganz ehrlich sagen oder jetzt bald ähm wie hieß diese deutsche Cloud dieser Versuch da Gaia X Gaia X genau genau das kann natürlich auch sein wenn Gaia X dann mal down ist aber ich glaube das wird noch wenn es überhaupt so weit kommt wenn es überhaupt online kommt dass wir Gaia X mit äh mit Amazon vergleichen können also Gaia X ist ja gefühlsmäßig immer noch eine Totgeburt aber schauen wir mal vielleicht ändert sich da noch was so ähm ja dann ändern wird sich auch was für Telekom-Kunden die WLAN2Go genutzt haben denn das wird nämlich eingestellt das fand ich eigentlich ein ganz nettes Projekt äh WLAN2Go war ein ein Dienst der auf den Speedport-Routern mitlief also Speedport-Telekom-Routern halt ähm äh und dieser Dienst hat dann einen Gast-WLAN in Form eines äh Hotspots bereitgestellt und man konnte dort diesen Hotspot dann halt wenn man selber WLAN2Go angeboten hat überall nutzen fand ich eigentlich ganz nett also so ein bisschen Freifunk äh netz kommerzialisiert im Prinzip aber es aus meiner Sicht fand ich das so eine ganz äh nette Geschichte ist halt jetzt eingestellt worden ich glaube da gab es aber auch so ein bisschen ähm Rechts Schwierigkeiten weil die Telekom das gerne überall einfach standardmäßig aktiviert hätte und solche Geschichten ähm aber das wird es halt dann nicht mehr geben und ähm ja es gab halt mehr als 22 Millionen Hotspots das ist schon heftig also da ist schon das hat schon was Nachteil ist halt ganz klare Sache ähm dass man halt auch Kunde sein muss von der Telekom sonst kann man das nicht benutzen ich glaube aber du konntest dir irgendwie so ein Daypass oder sowas buchen ähm ich glaube Kabel Deutschland oder Vodafone die haben das ja auch mal eine Zeit lang gemacht dass die dann standardmäßig so einen Hotspot aktiviert haben mit einer zweiten SSID auf den Routern ähm ja es ich glaube die Zeiten gehen aber mittlerweile sind die Zeiten mittlerweile auch vorbei irgendwie weil jetzt langsam kommt auch in Deutschland durch dass man dann unbegrenztes Datenvolumen hat auch wenn es noch sehr langsam ist und sehr teuer alles aber es kommt und äh vielleicht ist das der Grund warum man das dann auch irgendwann nicht mehr so braucht keine Ahnung gut ähm was haben wir noch genau Kreditkarten da war ja was da machen wir gleich mal weiter genau Kreditkarten man muss ja irgendwie auch online bezahlen und äh da hatte ich jetzt erstmal meinen Spaß aber du kannst erstmal erzählen da laufen ja so ein paar Fristen ab oder da gibt es Regulierungen äh gegenüber der Kreditkarten Unternehmen genau der eine oder andere hat es vielleicht schon äh gespürt oder bemerkt ähm es ist ja die PSD2 ähm PSD2 Regelung in Kraft getreten also Payment Service Directive ähm und die besagt ja unter anderem eine ich sag mal eine höhere oder starke Kundenauthentifizierung bei Bezahlungen sei es online oder lokal ähm das heißt man braucht eigentlich immer einen zweiten Faktor beim Bezahlen um sicherzustellen dass eben äh weniger Missbräuche von Karten Kreditkartendaten und so weiter passiert und ähm zum Beispiel in dem Fall jetzt dass ihr wenn ihr beim Online Shopping oder sowas kauft dass ihr nicht nur die Kartenprüfziffer eingeben müsst sondern vielleicht noch eine Authentifizierung per SMS oder per Push dann bekommt oder ihr irgendwelche ähm Barcodes mit so einem Kartenscanner oder so einscannen müsst einfach um zu authentifizieren dass ihr der Karteninhaber seid weil es ist ja relativ einfach zum Beispiel in einem Restaurant wenn ihr mit Kreditkarte zahlt die Karte und die Prüfziffer hinten zu fotografieren oder halt einfach mit mitzubekommen irgendwie und somit hat man dann natürlich relativ einfach die Möglichkeit ähm fast ohne Limits die Karten zu nutzen und das soll damit unter anderem unterbunden werden da gab es ja jetzt dann weil das dann doch eine riesengroße Umstellung war ähm noch schon Fristen ähm und die BaFin hatte dann noch Aufschub bis Ende 2020 gegeben dann kurz vor Weihnachten haben sie dann nochmal Aufschub gewährt bis 15. Januar ähm 21 ab da mussten dann Zahlungen ab 250 Euro mit zwei Faktoren authentifiziert werden und seit dem 15. Februar ist es jetzt so dass die Zwei-Faktor- Authentifizierung ab 150 Euro greift und ähm ja im vollen Umfang ist es jetzt seit 15. März dann offiziell auch ja in Einsatz ähm es kann sein dass zum Beispiel bei niedrigen Beiträgen unter 30 Euro das nicht benutzt wird oder wenn man häufiger bei einem Online-Shop zahlt aber in Zukunft für die die es vielleicht in den drei Monaten nicht gemerkt haben müsst ihr euch in der Regel bei Kreditkartenzahlungen immer mit noch einem zusätzlichen Faktor authentifizieren ja wenn es funktioniert wenn es funktioniert genau da hatte ich ja äh großen Spaß mit American Express ähm da hatte ich äh öfters jetzt äh Probleme mit Paypal und ich hab dann bei American Express ein Ticket aufgemacht das hat geschlagene drei Wochen gedauert bis sich da mal jemand erbarmt hat mir zu antworten ähm und dann hieß es ja das liegt an Paypal ich soll mich an Paypal wenden hä okay interessant dann hab ich mich an Paypal gewandt und dann äh erstmal so standardmäßig ja das liegt an American Express ich so nein meine Karte funktioniert ich bin auch noch nicht übers Limit oder irgendwas gesperrt oder so es liegt irgendwie an der Technik und ich hab jetzt schon verschiedene Browser ausprobiert man mittlerweile ist man ja was Internet angeht so verkorkst dass man mittlerweile auch tausende Browser ausprobiert ähm äh und das hab ich gemacht hat nichts gebracht und letztendlich hakt es da immer noch zwischen Paypal und American Express dass irgendwie die Schnittstelle nicht richtig funktioniert hat der Supporter aber nicht zugegeben dann hab ich ihn damit konfrontiert dass mir das ein Mitarbeiter von American Express so gesagt hat dass es da wohl bekannt ist dass Paypal es nicht hinbekommt und dann hat er eingelenkt und gemeint ja das stimmt da ist was dran dann hab ich dann noch mal hab ich dann noch mal nachgefragt ja ist ja schön dass ihr das jetzt zugebt aber wie lang muss ich denn jetzt warten weil ich würde dann doch gerne die Kreditkarte wieder hat bei mir was zu tun mit Zahlungen aufteilen und so weiter und egal ist auf jeden Fall relevant dass ich mit dieser Karte bezahlen kann über Paypal so und dann hab ich gesagt ja könnt ihr das mal wieder fixen wann ist es denn so weit gibt es denn da schon irgendwie ist es absehbar nee ist nicht absehbar wie kriege ich das mit ja probieren sie es einfach das kann ja sein dass ich jeden Tag dann probiere kann ich mit der mit der Amex Karte wieder bezahlen oder nicht also völlig also wieder mal so ein Kunden Abfuck Moment hoch 10 gehabt da muss ich aber sagen die anderen Systeme also andere Banken oder so bisher keine Probleme auch bei kleineren Banken und so weiter was ich mitbekommen hab die haben das alle gut umgesetzt ähm aber irgendwie Paypal und American Express äh schwierig aber allgemein hab ich schon gemerkt dass American Express sowieso nicht so äh ja nicht so angenommen wird allgemein ist es ja nicht so verbreitet aber ähm trotzdem also bei Paypal sind ja beides Ami Unternehmen die sollten doch da irgendwie auf den Nenner kommen aber egal ich bin gespannt wann das wieder geht so ähm ja wo ich mich auch drüber aufregen musste ich hab ja schon mal ein paar mal über das Thema VPN äh philosophiert das ist im Moment wirklich schlimm also ich kann euch nur davor warnen ähm diesen ganzen Dumpfbacken da anders kann ich es nicht nennen auf YouTube und im Fernsehen auch mittlerweile zu glauben es gibt nur ganz wenige Beiträge die dieses Thema VPN so richtig beleuchten und es sind teilweise wo ich mich auch ein bisschen dafür schäme es sind teilweise auch Technik-YouTuber dabei die aktiv einen gewissen VPN-Dienst mit N und dann gibt es ja noch einen glaube ich mit G ähm konkret bewerben als ihr braucht es unbedingt und aber euch die konkrete Arbeitsweise eines VPNs wirklich zu erklären weil sie es teilweise vielleicht selbst nicht wissen ich weiß es nicht woran das liegt oder weil das Placement einfach zu gut ist und man da so viel Geld kriegt ähm und jetzt der absolute Hammer war ja jetzt letzte Woche Stern-TV kriege ich zugeschickt hier hier guck mal da NordVPN oh jetzt habe ich gesagt NordVPN bei Stern-TV ist empfohlen worden alles klar und ähm ja also Leute lasst euch da nicht verscheißern ich bin echt am überlegen ob ich da mal ein eigenes Video oder irgendwas darüber mache ähm weil das ist mittlerweile wirklich eine Seuche das ist echt schlimm und die Leute die kaufen das Zeug wie blöde und ich weiß gar nicht warum jetzt auf einmal VPN so ein Trend ist habe ich da irgendwas verpasst die Leute sitzen noch alle wegen Corona zu Hause wenn jetzt hier die große Reisewelle wäre und jeder wäre überall im öffentlichen WLAN und so weiter dann würde ich ja verstehen dass VPN ein großes Thema ist aber warum ist VPN im Moment so in aller Munde ich verstehe es nicht also keine Ahnung kann ich mal nachvollziehen aber wo du es gerade sagst das erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses äh die Nummer von Marvin mit Hydro-Hype das ist irgendwie so deckelt sich so ein bisschen damit ne die wir werben einfach da irgendeinen Rotz ohne zu wissen was eigentlich äh ja wofür es eigentlich sinnvoll ist oder was auch immer sei es sie wollen sich nicht drüber informieren oder es ist ihnen zu kompliziert oder ich weiß es nicht aber das ist echt nervig überall siehst du das und die Leute denken dann sie wären sicher dabei sind ihre Daten auf irgendwelchen shady Servern weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen für einen Dollar oder einen Euro im Monat woher soll die Infrastruktur kommen ja und vor allem ähm wenn man sich auch mal anguckt wo diese Firmen sitzen und beim Stern TV Beitrag den habe ich mir auch angeguckt da ist ja dieser Tobias Schrödel der ist ja IT-Sicherheit oder IT-Experte sagen wir es mal so der ist IT-Sicherheitsexperte glaube ich nicht dass er da irgendwie aber er ist IT-Experte und er hat das ja in einem Nebensatz mal erwähnt naja weil dann hat halt eben der Halaschka der Moderator gefragt ja warum haben denn die alle so schlechte Bewertungen bei Stiftung Warentest kommt auch noch dazu dass Stern TV keine eigenen Tests macht sondern die verwenden einfach die Stiftung Warentest als äh Referenz so und dann ich meine ja das ist ja nur der Datenschutz technisch ist alles top Moment nur der Datenschutz also diese Aussage die fand ich sehr schwierig ähm weil letztendlich ist halt ein VPN eine absolute Vertrauensgeschichte was bringt mir das wenn im Café um die Ecke ein Hacker den Datenverkehr nicht mitsniffen kann aber der VPN Anbieter genau das macht zum Beispiel ja also völlig völlig absurd diese Thematik aber gut ähm ich wollte nochmal drauf hinweisen vielleicht kommt da nochmal was aber ich hab mich da in letzter Zeit ein bisschen drüber aufregen müssen naja ähm ja was auch aufregert Thema für dich ist für mich jetzt nicht unbedingt aber vielleicht für manch manch einem ja ja gut der Background dazu hast du ja schon haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen ähm ja ganz lustige Sache eigentlich durch Zufall mitbekommen und zwar ist in Großbritannien eine eine Hanfplantage hochgenommen worden also zumindest dachte man das bis man die Tür geöffnet hat ähm und man dann eigentlich nur ein paar hundert PCs vorgefunden hat mit riesigen Klimaanlagen und Schläuchen und Verkabelung die als Bitcoin Mining Farm oder Kryptowährungs Mining Farm ihr Ding verrichtet haben man ist darauf aufmerksam geworden unter anderem weil Hanfplantagen und Bitcoin Mining Farmen haben in der Regel eins gemeinsam sie brauchen sehr sehr viel Strom und erzeugen sehr sehr viel Hitze und Wärme die muss man irgendwo hinführen die meisten Hanfplantagen werden glaube ich im Winter hochgenommen weil die Dächer dann oder die Häuser irgendwie nicht von Schnee bedeckt sind weil viele das am Dachboden machen oder so ähm und ja da ist es halt auch aufgefallen also man hat da mitbekommen dass ein sehr sehr hoher Stromverbrauch vorliegt ähm zudem ja irgendwie Lüftungsanlagen technisch war wohl irgendwas erkennbar und Wärmebildkamera hat dann auch aufgenommen dass da definitiv eine Hitzequelle ist ja und dann hat man das Ding halt mal geöffnet und festgestellt hoppala ist ja gar nicht das drin was wir dachten aber das Ganze ist dann trotzdem beschlagnahmt worden weil diese Bitcoin Mining Farm hat ihren Strom illegal abgezapft und äh dementsprechend äh musste man dem natürlich auch einen halt gewähren weil an für sich ist ja an dem Bitcoin Mining oder Krypto übrigens Mining ja nichts verboten aber wenn man den Strom halt irgendwo illegal abzapft und dann einfach die Stromkabel durch Lüftungsrohre legt damit das unauffällig ist dann ist das schon moralisch sehr flexibel sagen wir es mal so genau wenn nicht sogar strafrechtlich relevant ähm war ja beim Cyberbunker war das ja genau das gleiche dass die ja auch am Anfang vermutet haben Holländer und dann hoher Stromverbrauch ähm könnte man auf die Idee kommen okay da wird dann ein bisschen was angebaut waren aber dann doch nur nur illegale Server aus dem Darknet ähm ja ähm genau dann gab es ja auch noch heute ist sehr finanzlastig bankenlastig irgendwie habe ich den Eindruck es gab ja auch ein massives Datenleck bei Klana und das hatten wir ja schon im Teaser schon erwähnt ähm ja dass eventuell eure Zahlungsdaten im Darknet sind ihr könnt auch mal in der Umfrage der Woche übrigens abstimmen äh welche Zahlungsdienstleister ihr so benutzt da gibt es ja auch so ein paar deutsche Dienst äh im Untergrund fungieren aber nicht nicht weil es weil es die wollen die Anbieter sondern weil einfach die Leute sich dafür nicht interessieren also was benutzt ihr benutzt ihr außer Paypal noch was anderes könnt ihr ja mal abstimmen ähm und wir gucken uns das dann an aber was war denn bei Klana los ja ähm ähm Klana wie gesagt ist ja ein großer Zahlungsdienstleister ähm das ist ein Schwede also ein schwedischer Zahlungsdienstleister und da sind rund von 90.000 Nutzerinnen und Nutzern die Daten geleakt worden ähm mehrere User auf Twitter haben unter anderem Erstrick berichtet dass ja ihre Logindaten und Logindetails auf fremde Accounts gelingt haben oder teilweise Namenfotos und andere Zahlungshistorien sowie Bankdaten und Adressen ähm ja einsehbar waren ähm Klana hat darauf sehr interessant reagiert würde ich jetzt mal sagen ähm man hat sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt die durch Störungen im System zustande gekommen sein sollen der App Login war zwischenzeitlich nicht mehr möglich und ähm ja die Nutzer haben das nicht so ganz verstanden wo ich auch voll mitgehe weil das ist ein bisschen mehr als nur eine Unannehmlichkeit und ich meine da sind ja auch Zugriffe auf andere Daten möglichkeit auch andere Daten gewesen ähm ein User hat auch berichtet Entschuldigung ein User hat auch berichtet dass er ähm ja irgendwie in seinem Account Fremdaccounts mit drin hatte mit identischen Daten die eher nach Testaccounts aussahen also das ist wohl einiges irgendwie im Argen gewesen und ähm ja man hat jetzt inzwischen eingeräumt dass es wohl ein menschlicher Fehler gewesen sein soll und die Daten seien nur etwa für eine halbe Stunde für andere User in der App einsehbar gewesen ähm und man hätte ja Bankdaten was auch immer nur in maskierter Form erkennen können man würde am Datenleck oder an der Aufarbeitung arbeiten und würde Kunden informieren die Behörden sind auch in Kenntnis gesetzt aber auch wenn es nur eine halbe Stunde war es ist total wurscht es gibt immer irgendwo was was abgegriffen wird genau und ähm es ist gar nicht so unwahrscheinlich dass gerade auch bei solchen Zahlungsdienstleistern dann doch mal irgendwo was abgegriffen wird und vielleicht doch im Vergleich äh mit dem im Vergleich im Zusammenhang ähm mit anderen sag ich mal Methoden mit denen man Daten abgreifen kann auch aus öffentlich zugänglichen Diensten oder über Facebook hatten wir auch schon mal das Datenlink mit dieser Facebook-Suche ja dann tut man sich daraus seine Datensätze von Usern zusammenbasteln und irgendwann hat man dass der Philipp von dem Real-Life Guys der hat ja schon mal vor einem Jahr irgendwie ein Video rausgehauen äh dass er mit seiner Krebserkrankung dass es ziemlich weit fortgeschritten ist und dass es nicht gut aussieht und ähm ja leider Gottes äh ist er jetzt vor ein paar Wochen verstorben ne vor einer Woche glaube ich sogar erst also wenn ihr das Video seht vielleicht ein bisschen später ähm ja ist natürlich ja war erwartbar muss man sagen leider es fühlt sich halt einfach unfair an muss man ganz ehrlich sagen 23 Jahre alt war der und ähm ja wie soll man sagen Rest in Peace Philipp also ähm es gibt hier intern eine ähm das ist ein bisschen was erzählen ähm es gibt hier intern eine ähm Interviewliste und da stehen die Real-Life Guys äh stehen da auch noch mit drauf ähm ja leider habe ich ihn nie persönlich kennenlernen können ist echt schade weil ähm sehr inspirierender Typ und äh allgemein der YouTube Kanal absolute Empfehlung Real-Life Guys das einzige was ich halt eben ein bisschen schwierig fand war diese Wandel jetzt mit dem Glauben und so weiter aber es soll jeder seinen Glauben haben ähm was ich halt schwierig fand war halt damals auch die Thematik dass er halt gesagt hat hier naja ähm die Ärzte oder anders ähm wenn ich an Gott glaube dann wird das schon klappen so auf die Art und Weise scheiß auf äh wahrscheinlich hat er es auch nicht so gemeint aber es kam halt so man könnte den Eindruck haben dass er gesagt hat hier ähm scheiß auf äh Schulmedizin äh wenn du nur an Gott glaubst dann wird das alles wieder und das fand ich halt ein bisschen schwierig ansonsten aber wirklich an sich der Kanal wirklich top und ähm ja sein Bruder wird wahrscheinlich das Ganze jetzt weitermachen die haben ja einen relativ großen Freundeskreis auch und äh da bin ich mal gespannt aber es ist halt echt krass was bei denen passiert ist die Schwester die ja auch beim Kanal mit dabei war die ist ja bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen vor ein paar Jahren ähm ähm also die haben schon hinterlassen hat was vielleicht manch einer ähm in dem Alter ähm also wahrscheinlich mit 50 noch nicht mal hinterlassen hat und geschafft hat was die Real Life Guys da ein paar Jahren auf die äh äh auf ihren Kanal eben auf die Reihe gestellt haben und wenn man sich da so Videos anguckt wie was weiß ich die fliegende Badewanne das U-Boot oder diese Achterbahn durch den Hornbach oder durch Baumarkt XY es gibt ja auch andere Baumarkte ähm dann ist es schon echt wirklich krass was die da auf die Beine gestellt haben und ja wie gesagt also 23 Jahre das äh wünscht man nicht mal seinen äh größten Feinden und äh schon also ich fand's auch krass wie offen er darüber geredet hat der hat ja auch Videos gemacht und das letzte Video wo jetzt auch noch mal veröffentlicht wurde das verlinken wir auch mal in den Shownotes alles ist auch sehr bewegend und da sieht man auch noch mal ein paar Aufnahmen äh also die wirklich an den Nieren gehen weil das wirklich krass ist äh weil man da wirklich ungeschönt einfach sieht was da passiert mit dem Körper und so weiter also wenn auch jemand kein Blut sehen kann der sollte da vielleicht auch nicht reinschauen ähm oder das überspringen aber ähm ja wirklich Respekt und ähm ja ich hatte aber auch so das Gefühl dass der Freundeskreis äh von ihm was man so sieht dass die ähm ja wie sagt man so schön ihren Frieden gefunden haben und dass äh er halt auch ähm ja dass er da auch sehr offen damit umgegangen ist und ich sag mal so äh wenn das stimmt was er sagt was ich ihm ja wünsche dann auf jeden Fall auf Wiedersehen dann sieht man sich ja noch mal wieder und äh das ist glaube ich damit kann man das Ganze abschließen da möchte ich auch nicht weiter äh noch mich hier um Kopf und Kragen reden das habe ich ja schon oft genug gemacht deswegen ähm Rest in Peace Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys ja ähm etwas vielleicht erfreuliches noch ein VPN ähm Mozilla hat jetzt auch einen eigenen also Mozilla die Entwickler oder die Firma hinter Firefox und ähm Thunderbird die haben jetzt einen eigenen VPN Dienst in Deutschland und Frankreich auch gelauncht ähm der ist allerdings kostenpflichtig was vielleicht die ganze Sache noch ein bisschen seriöser macht es gibt ja sogar kostenlose VPNs da wurde übrigens auch einer bei Stern TV gezeigt ähm die haben auch einen gezeigt den ich sogar empfehlen würde aber sie haben halt eben auch diese gezeigt und Mozilla äh geht das Ganze mit einem Partnerunternehmen an und äh das Ganze ähm wird dann mittels WireGuard nicht WireCard sondern WireGuard Protokoll realisiert und das ist ein neues VPN Protokoll wir hatten sogar mal in der Folge ausführlich drüber geredet was einige Vorteile gegenüber den klassischen VPN Lösungen hat ist allerdings noch nicht ganz so äh ist im Business Umfeld noch eher nicht so angekommen liegt aber wahrscheinlich daran dass es relativ neu ist und dass es halt ein bisschen dauert bis sich das durchsetzt äh hat auch ein paar Nachteile habe ich mittlerweile erfahren ich habe mich da jetzt auch ein bisschen tiefer mit beschäftigt mal ähm aber für solche Sachen äh wie ich biete da eben mal schnell ein VPN an um ins Internet zu gehen sicher ins Internet zu gehen oder für Home VPN Lösungen ist es ein ganz ganz nettes Protokoll vor allem sehr schlank braucht wenig Energie und ähm ja wie gesagt ob das jetzt bei ähm Mozilla ob das jetzt seriös ist und so weiter weiß man nicht allerdings kann man Mozilla schon eine gewisse Datenschutz und IT Sicherheits Affinität unterstellen äh die sie ja immer so ein bisschen also das macht ja das Mozilla Projekt aus das war ja auch immer äh damals so der Aufhänger warum man äh Mozilla Firefox eigentlich ins Rennen geschickt hat dass man eben von der äh damals Datenkrage Microsoft mittlerweile ist es Datenkrage Google ähm dass man da wegkommt und ähm ist ja alles Open Source und so weiter und ähm ja man weiß halt nicht was dann mit den Daten passiert im VPN wo die Server jetzt konkret stehen weiß man auch noch nicht so ganz ähm aber es bleibt spannend und man kann da schon äh sag ich mal mit 4 Euro ähm monatlich einsteigen wenn man sich zum Beispiel für ein Jahr verpflichtet und es gibt auch eine 30 Tage äh Geld-zurück-Garantie und solche Geschichten ähm also wer sich das mal anschauen möchte ich hab's noch nicht im Detail mir angeguckt also technisch noch nicht angeguckt ähm aber es könnte vielleicht interessant sein aber es gibt wie gesagt auch einige Anbieter die das schon seit Jahren machen äh und äh denen man auch ja aufgrund der Firmenhistorie eigentlich sehr vertrauen kann aber ich würde jetzt mal Mozilla nicht unterstellen dass es bei denen anders wäre gut ähm ja Mensch Mensch jetzt hab ich ja noch ein Thema das ist nicht gerade äh wundersame Weise kam es auf einmal daher genau wo wir vorhin ja über das Thema Zertifizierung geredet haben äh es soll jetzt schärfere Auflagen für IT-Sicherheit oder in Bezug auf IT-Sicherheit äh für Stromerzeuger oder Energieversorgungsunternehmen und Rechenzentren geben ähm und äh da geht's halt eben darum dass diese Unternehmen dann gewisse Vorgaben erfüllen müssen äh im Hinsicht ihrer äh ja IT-Sicherheit wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Netzsteuerung geht oder Überwachung äh oder auch Protokollierung oder auch dieses äh Thema wie gehe ich mit Sicherheitsvorfällen um äh und da soll es dann eben nochmal ähm ja neue Verpflichtungen geben das wird nochmal sehr interessant ähm ja es macht auf jeden Fall Sinn weil man hat in der Vergangenheit jetzt auch gesehen durch äh diese Hafnium Schwachstelle in Exchange dass halt eben auch einige Energieversorger betroffen waren ähm die also ich weiß zum Beispiel aus der aus dem Webinar was damals das BSI gemacht hat haben sich Leute im Chat gemeldet irgendwie ja sind irgendwie Administrator von einem kleinen Stadtwerk oder Gemeindewerk oder irgendwas äh und äh sitzen da jetzt allein mit einem Riesenproblem und wissen nicht wie sie weiterkommen und so weiter und das ist halt dann vielleicht auch ein bisschen Gegenstand dass man da versucht die diese Unternehmen die ja durchaus für die Gesellschaft wichtig sind dass es funktioniert dass rund um die Uhr gewährleistet ist dass Strom aus der Steckdose kommt dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt und Gas aus der Gasleitung ähm dass diese Leute oder diese Unternehmen dass die halt eben auf andere Beine gestellt werden und ähm ich kann jetzt natürlich nicht für alle Unternehmen sprechen aber ich könnte mir vorstellen dass es da auch noch einige gibt wo wirklich sehr viel Nachbesserungsbedarf besteht und scheinbar muss man das halt gesetzlich erst mal regeln und ähm ja auch das Thema Stromausfall ich meine das wird ja von Jahr zu Jahr jetzt immer kritischer auch mit dem Thema Digitalisierung ähm immer mehr wird digital abgewickelt vor ein paar Jahren hat man noch ähm sag ich mal diese ganzen ähm Horror-Szenarien herbeiführen müssen oder durchdenken müssen mittlerweile ist es für viele Leute greifbarer ähm wenn Strom ausfällt gut man könnte jetzt argumentieren in Deutschland fällt selten der Strom aus äh und deswegen also kommt drauf an wo man wohnt aber hier bei uns der letzte Stromausfall der ist Ewigkeiten her ich sehe es ja bei mir hier auf der USV im im ich habe ja hier so einen kleinen Homelab und so weiter und da ist eine USV und da sehe ich halt wann das letzte Mal der Strom weg war und das ist bei uns Jahre her also also hier in München kann ich mich erinnern vor ein paar Wochen hatten wir ja so einen schönen Kabelbrand gemacht ja gut das ist das ist halt eine Geschichte da steckst du halt auch nicht drin ja natürlich nicht aber da musst du halt auch dementsprechend sowas muss halt geübt werden beziehungsweise muss es Notfallpläne geben und der Kabelbrand bei euch war ja auch nur in bestimmten Stadtteilen und nicht ja drei Stadtteile aber war schon trotzdem heftig groß auf jeden Fall sind ja auch einige Impfdosen kaputt gegangen durch die Aktion ja und sicherlich auch in dem einen oder anderen Restaurant irgendwie Kühlkost und so weiter und dafür muss es halt dann eben eine Notfallplanung geben und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut auch wenn es natürlich wieder mehr Arbeit ist mehr Kosten sind aber da sollen sie lieber die EEG-Umlage senken die Politik und die Steuern für die Energie und dafür sollen dann die Energiekonzerne mehr Geld in sowas investieren da hat der Bürger am Ende mehr davon als wenn die Politik die Steuergelder verbrennt und meint sie können hier Wunder wie was an erneuerbaren Energien machen und dann aber jetzt wäre ich schon wieder zu politisch aber es ist es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht sinnvoller als die EEG-Umlage anyway wird also ich bin sehr gespannt ich kann das im Moment kann man das noch nicht alles so greifen aber es wird auch nochmal interessant für mich konkret weil wir auch mit der Kurs-O4U-Services auch Unternehmen in dem Bereich beraten was da noch alles kommt das könnte noch was Größeres werden genau was Größeres war die WWDC nicht die Entwicklerkonferenz von Apple also da war viel Schall und Rauch um nix im Prinzip habe ich jetzt mal also wer im Detail nochmal was hören will wir haben auch Videos verlinkt von ein paar geschätzten YouTube-Kollegen die dazu nochmal WWDC-Videos gemacht haben aber ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgepickt die ich für unsere Zielgruppe ganz interessant fand zum Beispiel das Thema dass man jetzt auch FaceTime auf Windows oder Android Devices nutzen kann das heißt man kann dann eben halt auch mit jemanden also FaceTime ist ja der Messenger von Apple also wer da gar nicht unterwegs ist in dem Universum dass man darüber halt eben dann auch ermöglicht Windows Nutzer und Apple User miteinander zu kommunizieren eigentlich auch sogar Linux User weil das Ganze ja webbasierend ist bin ich mal gespannt ob das ob das jetzt wirklich so weit sich verbreitet aber es ist zumindest nett dass man da kein ja wie soll man sagen dass man da nicht so eingeschränkt mehr ist also ich hatte bisher noch keinen konkreten Fall dass jemand gesagt hat er muss unbedingt auf FaceTime mit mir reden oder chatten weiß nicht ob du das schon mal hattest David aber du hast ja ein iPhone glaube ich ne ja für das Firmenhandy aber irgendwie ich hab dann niemanden ich glaub ich glaub mein mein ehemaliger Chef hat mich mal darüber angerufen irgendwann morgens aber ich hab's sonst noch nie verwendet weil du verkennt hattest wahrscheinlich ne wegen einem anderen Thema ich verschlafe grundsätzlich nicht ne natürlich nicht ne aber also wie gesagt es gibt's halt jetzt es wird interessant aber ich glaube nicht dass Apple da gegen die großen Konferenzsysteme anstinken kann und man sieht halt auch gerade bei Leuten die viel im Apple Universum unterwegs sind da kommt dann eher mal eine Einladung über Zoom oder über über WebEx oder sowas aber eher weniger über FaceTime aber vielleicht kann sich das noch ändern aber das hat Apple halt wirklich verschlafen dieses ganze Konferenzding und dass man da eine ordentliche Meeting-Plattform irgendwie anbietet hat Apple halt einfach nix aber Apple muss auch nicht überall was haben dafür gibt's genug andere Anbieter man kann ja sogar theoretisch auf dem Mac Microsoft Office 365 nutzen also alles möglich dann ist eine Private Relay-Funktion geplant zur Verschleierung von IP-Adressen im Internet also wenn man zum Beispiel mit Safari unterwegs ist dass man da dann eben ja es ist eigentlich im Prinzip so eine Art VPN so kann man es nennen und das Ganze wird dann eben auch über ja über was wollte ich jetzt sagen ach ja über die iCloud lizenziert oder bezahlt und das Ganze damit keine Ahnung ich hab nur die Terrassentür offen da draußen gerade übel der Panger schreien irgendwelche Leute rum und sich gegen sich abstechen würden oder so ich hab das gerade durch die Kopfhörer gehört also ich hab's nicht gehört aber vielleicht hört ihr das dann im Recording ja es ist warm also sehr warm man sieht's ja hier an meiner reflektierenden Stirn es ist hier auch sehr warm und ja und die Leute die drehen halt am Rad heute war's hier halt sehr warm und sonnig anyway auf jeden Fall geht's halt darum dass man da zum Beispiel den Datenverkehr absichert aber dass man halt eben auch ja das Tracking erschwert und so weiter das sind so die Hintergründe und man kann halt dann ja man kann dann halt nicht wie bei einem VPN-Dienst eine bestimmte Region auswählen sondern es geht eher um das Thema Privacy was sich da Apple mal wieder ein bisschen eher auf die Fahnen schreibt aber ist auch nicht verkehrt dass Apple da in die Richtung denkt ist auch ein neuer Ansatz weil es jetzt kein klassisches VPN ist aber es geht halt um die Verschleierung von Zugriffen gut dann habe ich mir noch rausgeschrieben das Thema Gesundheitsdaten also wenn man Gesundheitsdaten über sein Apple-System trackt dann kann man das mit seiner Familie teilen der Nutzen hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen aber vielleicht gibt es da den einen oder anderen der gerne mal seine Familie seine Gesundheitsdaten irgendwie teilt vielleicht was ich schon gelesen habe im Bereich Alerting dass also die Apple Watch zum Beispiel die erkennt ja auch wenn du Herzrhythmusstörungen hast dass dann deine was weiß ich deine Frau oder so kontaktiert wird irgendwie sowas würde ich jetzt mal behaupten genau das waren jetzt so die Hauptsachen die mich jetzt persönlich interessiert haben alles andere gibt es dann wie gesagt bei den Kollegen verlinken wir gerne und da könnt ihr bei denen gerne mal reingucken und euch zur WWDC weiterhin informieren so und jetzt informiert uns der David über ein Projekt Sirene jawohl richtig passt ja irgendwie auch ganz ganz gut dazu weil ich ja auch so ein bisschen direkt betroffener bin als jemand der der vorherigen Feuerwehr ist und zwar das Projekt Sirene ja grüne Welle und intelligente Routen für Rettungskräfte mal so kurz angeteasert das ist ein Projekt ja ich sag mal wo Car2x Communication in Anwendung ist und zwar haben da Forscher Anwender und Wirtschaftspartner eine smarte Ampelsteuerung für Einsatzkräfte erprobt das Ganze ist in Braunschweig vertestet worden von der Feuerwehr und im Prinzip funktioniert das Ganze so dass ja man eben ein Device im Fahrzeug verbaut das ja sag ich mal smart mit anderen Devices in anderen Feuerwehrfahrzeugen als auch in den Ampeln mit Geräten kommuniziert und somit dann auf der Einsatzroute die wenn das Alarmsfax kommt oder wenn es inzwischen schon neuer ist sag ich mal wo dann die Route automatisch ans Fahrzeug geschickt wird die Route plant und schon quasi bevor das Feuerwehrfahrzeug in die Ampelkreuzung einfällt also schon weit vorher die Ampelanlage so schaltet dass eben das Feuerwehrfahrzeug dann am besten freie Bahn grün oder was auch immer eben hat und die anderen Verkehrsspuren dementsprechend da wo es hingehen soll auf rot geschaltet werden man erhofft sich so oder man man wünscht sich so natürlich ja einfach besser durch den Verkehr durchzukommen natürlich auch die Sicherheit zu erhöhen weil es ist immer sehr sehr gefährlich in eine rote Kreuzung einzufahren haben wir selber habe ich selber schon mal ganz oft erlebt du hast ein riesengroßes rotes Fahrzeug mit ganz viel Blaulicht auf dem Dach was verdammt laut ist und trotzdem schaffen es Leute ich weiß nicht ob extra oder unabsichtlich dieses Fahrzeug zu übersehen und ja ist halt immer ein bisschen schwierig von daher ist es auf jeden Fall begrüßenswert und wünschenswert dass sowas funktioniert das hat wohl ganz gut geklappt in dem Zusammenhang also wie gesagt haben sie dieses Gerät diese K2x Communication mit LTE Mobilfunk an Bord gehabt und dann eben mit den Ampeln kommuniziert und das war eigentlich relativ vielversprechend was da an den Tests rausgekommen ist das Ganze lief von 2017 bis 2020 also hat auch schon ein bisschen Praxiserfahrung bekommen und ich denke es ist auf jeden Fall eine coole Sache da in die Richtung wird es denke ich mal auch in Zukunft weitergehen und definitiv sinnvoll also im Vergleich auch zum Beispiel nur so ein Schwenk noch nebenbei Audi macht das ja auch die haben in Ingolstadt zum Beispiel bei den Privatfahrzeugen drin dass die inzwischen dann anzeigen wie lange die Ampel noch rot ist so und diese ganzen Sachen also klar warum sollte man Ampeln nicht auch in dem Sinne smart machen oder eben da Möglichkeiten schaffen das sinnvoll zu nutzen solange es sicher ist solange keiner die Ampel umschalten kann aber sehr begrüßenswertes Projekt finde ich echt cool ja lustigerweise also ich weiß jetzt die technischen Hintergründe nicht im Detail aber in Coburg gibt es ein eine ähnliche Geschichte allerdings mit dem Stadtbus dass der Stadtbus ein ich meine dass es in der Zeitung als Busbeschleunigungssystem benannt wurde und zwar bekommt der Stadtbus bevorzugt wenn es halt möglich ist wenn es die Verkehrssituation zulässt eine grüne Welle geschaltet damit der einfach problemloser durchfährt ich weiß jetzt nicht inwieweit das in Deutschland noch in anderen Städten benutzt wird keine Ahnung aber in Coburg ist das auf jeden Fall so und das fällt einem halt auf wenn der Stadtbus irgendwo an der Ampel steht der steht da nicht lang und teilweise stellt die Ampel halt dann relativ zügig um und du denkst okay diese Grünphase die war ja viel zu kurz naja weil der Bus halt eben über Funk ich befürchte aber dass es ein älteres System ist also jetzt nicht irgendwie IoT mäßig sondern dass es vielleicht uralt irgendwie auf irgendwelchen analogen Signalfrequenzen funkt Vermutung wie gesagt ich kenne das System nicht von innen ich weiß halt nur dass es so ein System gibt und dass die Busse eben in Coburg da beschleunigt werden jo interessant ich meine im Rettungsbereich macht es natürlich nochmal mehr Sinn ja gut jetzt haben wir unsere Kategorie Achtung Update und da muss ich heute ein bisschen Gas geben weil es sind einige Sachen also es gab bei Google Chrome eine Lücke in Bezug auf das Thema Nut Slip Streaming eine Nut Slip Streaming Attacke die wurde gepatcht dann gab es eben noch ein paar andere Lücken also Google Chrome auf jeden Fall mal anschauen das Content Management Drupal war eben von einer Cross-Site Scripting Lücke betroffen es gab eine Root Sicherheitslücke in den Sonic Walls also der Firewall es gab Windows es gab Windows Updates für Firefox es gab Updates für Firefox ja Windows Updates gab es auch Patch Day war übrigens auch und es gab auch mehrere schwerwiegende Sicherheitslücken in der Programm Bibliothek von Cisco Produkten also sollte man sich auf jeden Fall mal umgucken Big IP hatte im Edge Client übrigens auch eine Sicherheitslücke dann Thunderbird wurde ebenfalls gepatcht Cisco WebEx dann die QNAP NAS also wer eine QNAP NAS benutzt der sollte auch unbedingt mal gucken ob es dafür Updates gibt vor allem wenn das Ding im Internet steht sollte man da besonders drauf achten es war auch Patch Day bei Android und das VMware WeCenter hat ebenfalls ein Update bekommen und der Open Source Chat Rocket Chat der hat auch ein Update bekommen die Trend Micro Maximum Security 2021 hatte einen Fehler im Installer das ist auch über ein Update gepatcht worden und es gab auch Angreifer die über oder es gab auch bei Citrix eine massive Sicherheitslücke die eben Angreifern den Zugriff auf Netzwerke ermöglicht hat also da sollte man auch drauf gucken sowie eben auch bei SAP und bei Adobe ist alles mögliche auch aus der Creative Cloud gepatcht worden das haben wir auch schon gemerkt dann des Weiteren gab es eine Root Sicherheitslücke bei Cisco switchen dann die IBM DB2 ich weiß nicht wie man das richtig ausspricht AX-Systeme haben auch einige Lücken das ist glaube ich schon eher so Richtung Mainframe keine Ahnung David korrigiere mich wenn das falsch ist das sagt mir ehrlicherweise nichts also AX-System sagt mir noch was da hatte ich früher mal mit zu tun aber egal genau Rocket Chat hatte ich ja schon genannt und es gab auch von Intel ein Micro-Code Update und das eben und auch ein paar Updates für Endkunden also da kann man auch lustig patchen also für Admins gab es jetzt die letzten Wochen einiges zu tun wenn man kein ordentliches Patch-Management System hatte oder irgendwie eine Software-Verteilung da hatte man auf jeden Fall Spaß anders kann man es nicht nennen ja Spaß hatten auch die Kunden von der Commerzbank die ein kostenloses Konto hatten aber der Spaß ist glaube ich bald vorbei ja das ist nicht nur über der Commerzbank so die hat jetzt auch einer der Nachzügler zu dem ganzen Thema genau die Commerzbank schafft nämlich die kostenlosen Null-Euro-Konten ab in Zukunft nimmt auch die Commerzbank ab dem 1. Juli einen monatlichen Preis von 4,90 Euro für das Girokonto und ja in Zukunft wird das jetzt für die ganzen Mitglieder umgestellt der monatliche Mindestgeldangang entfällt dafür das war ja immer so der Punkt worüber sich die Banken dann ich sag mal das ein bisschen mitfinanziert haben weil viele haben natürlich überall Konten angelegt für irgendwelche Prämien ein zuhause oder so und dann ja liegt ja ein totes Konto bei der Bank die Bank verdient kein Geld deswegen haben sie gesagt für viele Funktionen musst du halt einen Mindestgeldeingang haben und ja die Commerzbank zieht dem Ganzen jetzt hinterher wie so viele andere Banken und ja ist ja momentan so ein Trend also wahrscheinlich vermute ich mal dass die Zeit der kostenlosen Girokonten sich so langsam dem Ende neigt meinst du ja ich glaube schon also zumindest den kostenlosen Girokonten von Banken denen ich mein Geld geben würde gut beschrieben sagen wir es mal so ja also ich meine man hat es ja auch bei den Sparkassen gesehen und so weiter das ist halt auf der anderen Seite glaube ich halt wenn du das als Lohnkonto oder Gehaltskonto hast wird das wahrscheinlich weiterhin bei vielen noch kostenlos bleiben könnte ich mir vorstellen weil du hast ja dann genügend Geldtransfer über das Konto aber wenn du das halt was weiß ich nice to have hier mal so ein Konto ähm naja egal äh ich wollte jetzt schon irgendwelche Namen nennen von irgendwelchen Banken ich hab's jetzt lieber mal gelassen ähm ja eine Geschichte die ich schon sehr verblüffend fand äh und auch deswegen wollte ich die mal mit reinnehmen ich weiß in manchen Großstädten gibt's das schon länger aber ich bin da jetzt drauf gestoßen und ich hab mir gedacht what the fuck es gibt tatsächlich Lieferdienste die äh so Supermarktbedarfsgeschichten innerhalb von zehn Minuten liefern das zum Beispiel Go Flink zum Beispiel so ein Dienst oder äh Gorillas und ähm das ist wirklich so ich hab das jetzt mal über einen Bekannten getestet der in lustigerweise in München sitzt ähm und der hat gemeint what the fuck du kannst früh wirklich im Bett liegen und kannst überlegen Mensch was frühstücke ich jetzt und dann bestellst du über die App bei zum Beispiel bei äh Go Flink oder Gorillas und dann ist wirklich teilweise innerhalb von zehn Minuten steht der vor der Tür mit dem Zeug also es ist echt krass ähm da wird schon mal gemacht ne bisher nicht also äh ist noch nicht in meinem Stadtgebiet also ich bin ja ein bisschen außerhalb von München ja genau aber ja also wirklich verrückt ähm was ich auch interessant fand das hat dann wieder so einen Betriebsratsaspekt dass die Fahrer ich glaub von Gorillas war es ja in den letzten Tagen mal einen etwas größeren Streik hatten also die Arbeitsbedingungen sind da wohl jetzt nicht so optimal wer hätte das gedacht das hab ich mir auch schon gerade gedacht dass die nicht so die geilsten sein werden wenn du da so unter Zeitdruck mal was rumfahren musst ja also das muss man sich wirklich mal überlegen du musst dich ja dann organisieren du musst ja dann äh irgendwie musst du das ja hinbekommen dass David du warst glaube ich grad kurz weg irgendwie ja irgendwie hat's bei mir gerade einfach den Browser gecrasht ach so sorry ich pass das jetzt noch mit der Anordnung ja ja das passt noch also bist noch zu sehen äh sag nochmal was ja ich bin immer noch ganz normal dabei ja okay ja sorry ähm ja ist halt jetzt so passiert ähm äh gut ist live fast live on tape ähm ähm auf jeden also on on ssd also nicht on tape wir holen das jetzt aus dem tape aus der Bibliothek wieder raus genau also nicht auf tape naja auf jeden Fall ähm ja die Arbeitsbedingungen sind wohl nicht so die besten was man so mitbekommen hat was halt ja sind wir mal ehrlich ich mein das ist halt schon wirklich so first world äh problem also ganz ehrlich äh ich mein es ist ja ist ja schon cool wenn du wenn du innerhalb von ein paar Stunden deine Lebensmittel bekommst oder wenn du sagen kannst hier ich glaub Rewe bietet das ja an dass du sagen kannst hier ich will dann äh in den nächsten Tagen oder ich brauch diese Woche das und das oder my time gibt's auch noch die machen das auch äh aber innerhalb von 10 Minuten ich mein das Sortiment ist beschränkt weil klar wie soll das anders gehen äh das muss ja alles recht schnell zusammengepackt werden aber die Logistik ist halt auch krass und wenn dann da jemand innerhalb von 10 Minuten vorbeikommt ist schon heftig also bin ich mal gespannt wie lang sich die halten ähm ich könnte mir vorstellen dass man auch sagen kann hier ja eine Stunde oder zwei ist ja auch noch okay in der Stadt alles gut ähm ich glaube halt meine Meinung ich glaube halt das wäre wichtiger sowas aufs Land zu bekommen irgendwie für die älteren Leute äh Thema äh Sterben von Läden im ländlichen Bereich das hast du jetzt hier in Bayern jetzt nicht so unbedingt aber was weiß ich Mecklenburg-Vorpommern oder so da sind teilweise halt jede Menge alte Leute auf dem Land äh ohne Auto und so weiter und die haben dann Probleme irgendwie ihre Lebensmittel einzukaufen und da sind halt solche Dienste glaube ich eher sinnvoller und da kommt es nicht auf 10 Minuten an ich glaube die sind froh wenn sie bis zum nächsten Tag äh ihren Kram bekommen haben und ich glaube das wäre wahrscheinlich eher erstrebenswert als diese 10 Minuten äh aber es ist halt schon crazy was mittlerweile alles möglich ist muss man ganz ehrlich sagen gut ähm ja ihr könnt ja auch mal schreiben äh ob ihr Erfahrungen mit diesen Diensten habt oder ob ihr die nutzen würdet ähm das ist vielleicht auch eine Frage für die Umfrage der Woche habt ihr denn schon mal äh Lebensmittel äh im Internet bestellt das wäre vielleicht auch was oder diese Instant-Lieferdienste für sowas benutzt genau oder oder diese Lieferdienste ähm das fragen wir euch dann auch nochmal so dann kommen wir nochmal zu einem anderen Thema was ich sehr als als passionierter Outlook-Nutzer äh sehr sehr gut finde dass endlich das Adressbuch in Outlook äh gefixt wird also dieses Firmenadressbuch das ist eine absolute Katastrophe das sieht aus wie aus den 90er Jahren und du findest nix die Suche ist scheiße also auf gut Deutsch und es passt halt einfach nicht zu dieser ähm Office 365 Umgebung es ist halt es ist irgendwie man merkt halt dass es aus einer anderen Welt kommt und deswegen das soll angepasst werden und äh da sollen dann auch viele Informationen aus der 365 Welt kommen man soll dann halt auch ähm Informationen aus Teams importiert bekommen oder angezeigt bekommen und ähm das ist glaube ich zeitgemäßer als das was wir halt eben ähm die letzten in den letzten Versionen von Outlook gesehen haben das war halt immer immer wieder das gleiche was seit den 90er Jahren da äh vorhanden ist also wirklich ein guter Trend und äh ich bin mal gespannt wann es reingepatcht wird aber Outlook ich glaube wenn die das Stück für Stück umbauen dann wird das echt ein gutes Produkt finde ich jetzt schon aber es gibt halt immer wieder Leute die die mir sagen es ist ihnen zu unübersichtlich ähm ich kann nur ähm da entgegnen wenn du sehr viel mit E-Mails machst dann ist Outlook aus meiner Sicht äh wenn es sowieso schon unübersichtlich ist dann gibt es halt nur noch wenige Tools die auch wirklich so viel äh Mist handeln können also ich hatte mal in der Hochzeit bevor wir das anders jetzt anders gelöst haben bei Kurs Overview Services hatte ich mal so 15 Postfächer in Outlook drin und es hat alles funktioniert muss ich dazu sagen und andere E-Mail Clients die haben da so ihre Probleme mit aber Outlook äh kommt damit klar aber ich verstehe auch Leute gerade im Privatbereich die sagen das ist absoluter Overkill ich will nur ein paar E-Mails schreiben und die gehen dann halt und die gehen dann halt eher auf Webmailer und Co äh aber an sich Outlook äh trotzdem kein schlechtes Tool und im Business-Umfeld nicht mehr wegzudenken ja ähm was auch nicht mehr wegzudenken ist sind hoffentlich wir mit unserem Podcast also wenn ihr uns ein Abo da lassen würdet würde uns das natürlich sehr freuen andere YouTuber würden sagen ein Abo steigert eure Lebensqualität um ein Vielfaches deswegen lasst mal schön ein Like da ein Abo da ihr könnt natürlich auch alles gerne kommentieren ihr merkt ja wir gehen auch auf euer Feedback ein ihr könnt das entweder über die Umfrage der Woche einsenden Link natürlich in der Beschreibung in den Shownotes überall ihr könnt aber auch in die ganz normalen Kommentare schreiben oder ihr könnt auf Oldschool angelegt ganz easy eine E-Mail schreiben an uns Tech Talk at QSO4U.com gerade vielleicht auch wenn es irgendwas ist was jetzt nicht unbedingt direkt öffentlich zu sehen sein sollte dann könnt ihr natürlich auch über diesen Weg uns kontaktieren ansonsten wären wir jetzt eigentlich schon durch eine Ankündigung möchte ich noch machen für die nächste Folge da wollen wir dann mal auch um das Thema über das Thema Windows 11 sprechen habe ich jetzt heute mal bewusst rausgenommen weil es gab bisher nur Gerüchte und ja wir wollen uns das einfach mal im Detail angucken vielleicht gibt es dann schon öffentlich was von Microsoft wo man drüber reden kann und ich fand das jetzt einfach ein bisschen verfrüht einfach nur da irgendwas rauszuhauen dass wir irgendwas rausgehaut haben und ja beim nächsten Mal vielleicht auch wieder mit ein paar mehr Leuten sag ich mal hier im Podcast gut dann würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten Mal und bleibt uns treu genau servus bis dann ciao Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Wort für ein T-Shirt, Anna, ey. Wieso? Ich lese dann nur Arsch. Okay, ja gut. Das ist das legendäre T-Shirt, was ich bei dem einen der ersten JAV-Termine mit unserem Vorstand anhatte. Und er konnte halt genau nur Arsch mit vier Buchstaben lesen. Und er heißt rein zufälligerweise Jörg. Und mir ist es nicht aufgefallen, weil mitten in so einem Meeting ziehe ich meinen Pulli aus, der ist mir immer so warm. Und dann schreibt der Kollege so, du weißt schon, was auf deinem T-Shirt steht. Und ich so, oh. Und deswegen war wahrscheinlich unser Vorstand auch immer so irritiert am Schauen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Zuschauer, nur ich glaube, das sieht man, nein, das sieht man bei uns im Recording ja gar nicht, weil ich dann Bild spiegeln musste, damit es besser draufpasst. Das heißt, man kann es nicht lesen. Aber ich habe jetzt schon die ganze Zeit gedacht, Moment mal, Arsch. Man liest halt nur Arsch und dann A mit vier Buchstaben, okay. Ja, das alles. Ich hatte das T-Shirt auch auf der Betriebsversammlung an. Das ist auch für einen lustigen Blick. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen. So. Gut. Ja, ja. Ich muss einen Schluck hier sippen. Mach, mach. Ach, wir sind ja jetzt, also von der Menge her sind wir jetzt ziemlich weit durch. Also das werden jetzt alles relativ. Passt, von der Menge her bin ich ja auch ziemlich weit durch. Ich habe noch zwei im Kühlschrank, aber die trinke ich jetzt nicht mehr. Weil mir ist es eh so warm hier. Das Gefühl wird es immer wärmer, weil der PC so heizt. Also ich glaube, im Keller brauche ich ja keine Heizung, wenn der mal warm ist und der PC läuft. Ich weiß es nicht. Also die 3D-Drucker zusammen mit dem PC, meine Eltern haben damals ganz schön geheizt. Also diese Palettenlösung, die finde ich immer noch vielleicht anstrebenswert. Günstig und dämmt gut. Das stimmt, ja. So, jetzt einen Schluck. Ja. So, jetzt ist es weg. Also lustig, meine Hand hier immer rechts schon im Bild, die ist immer so blau. Weil mein Interface leuchtet blau zweimal, meine Maus leuchtet auch blau. Vor allem bei dir denkt man gerade, du bist irgendwie im Hintergrund bei einem Sonnenuntergang oder sowas. Ich finde aber, es endgeil, im Endeffekt liegt da hinten in unserer Kücheninsel, haben wir ja Blumenkästen drin. Und da sind ja so Kaffeepflanzen drin, als Raumtrainer. Und da haben wir einfach so eine Weihnachtsbeleuchtungsglüh... Glühbirnen, so diese Mini-Glühbirnen. Wie hätten sie denn? LEDs. Ja, die sind LEDs. Da sind gleich noch Glühlampen. Ach so. Die sind doch LEDs. Ich weiß auch, das sind LEDs. Sorry, ja. Stimmt. So Weihnachtsbeleuchtung einfach reingelegt. Und das ist total lustig, weil das wird halt unter den Pflanzen so hoch... Also kommt jetzt so hoch und gibt deswegen so Schattenbildung. Und ich finde, das sieht auch... Könnte ich mir auch für einen Keller als Hintergrund vorstellen. Ja, ich bin mal gespannt. Also wenn jetzt hier die Renovierung dann durch ist, dann bin ich auch mit dem Schreibtisch weiter hier drüben. Also wo das Fenster jetzt aktuell ist. Weiter rechts. Äh, rechts. Und weil hier ist ja die Schräge. Und da kann ich den Greenscreen nicht hoch machen. Ich habe ja so einen Elgato, den du vom Boden hochziehen kannst. Und da muss ich mal gucken, was ich da mache. Also weil ich habe auch eigentlich keine Lust, immer mit Greenscreen was zu machen. Aber ich habe aber auch irgendwie keinen Bock, dass man das Fenster im Hintergrund sieht. Vielleicht muss ich mir da irgendwie so ein Ikea-Regal auf Rädern oder so, was ich dann als Kulisse in den Hintergrund schieben kann oder so. Irgendwas bauen, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt im Keller, ob ich dann überhaupt... Also Greenscreen habe ich einfach mal Bock. Aber ich finde halt auch, wenn der Hintergrund so schon ganz clean ist, man braucht ja nicht immer ein Greenscreen. Aber ich finde es cool, die Option zu haben. Und zwar ohne alles umbauen zu müssen. Ja. Wenn ich den einfach runterlassen kann. Und das ist halt schon ganz cool dann. Ja, ich fand den Greenscreen halt sehr passend bei solchen Sachen, wenn du irgendwas kommentierst oder so und kannst das Bild dann in den Hintergrund packen. Genau. Oder diese Rankings, die ich damals gemacht habe, eben für Massengeschmack, da habe ich das auch mit dem Greenscreen gemacht. Weil das fand ich auch ganz passend, dass du dann im Hintergrund irgendwas einblendest. Und ich hatte ja kein Studio. Also was sollte ich da machen? Habe ich, ach Greenscreen und dann packst du irgendwas Cooles dahinter, was zu dem Thema passt. Und das war ja auch ganz gut. Passt auch. Kurz rießen. Oh, vorher habe ich mich einfach kurz weggerollert, weil ich ein Taschentuch brauchte und hier nichts in der Nähe war. Ja. Apropos, ist jetzt was in der Nähe? Nein. Egal, wird schon passen. Ärmel kommt halt ein bisschen komisch. Und dann hast du so Glibber noch hier und dann... Nee, braucht man nicht. Ich habe letztens so niesen müssen von der Allergie und Maske auf gehabt im Geschäft. Mir kam da ja halbes, halbes Hirn mit. Nein. Gut. Machen wir mal weiter. Ja, genau. Also, brauche ich noch irgendwas für einen Schnitt? Nee, ich sehe ja dann, wann es vorbei war und dann... Ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Genau. Gut. Ja.